Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 443. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei die Patricia. Hallo. Der Marvin. Hallo. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Wenn ihr euch wundert, dass die Alex schon länger nicht mehr dabei ist, die ist gerade in Reha und die fällt auch noch eine Weile aus, hat sie uns gerade heute geschrieben. Also für all die Leute, die sich wundern, die arme, sendet ihr viele Grüße, damit es ihr bald wieder besser geht. Und ich hoffe, dass sie bald nicht nur Sky gucken muss und dann irgendwann wieder fit ist, sondern auch ins Stadion darf. Darüber können wir nachher noch sprechen. Aber das wollte ich ganz kurz sagen. Genau, an dieser Stelle gute Besserung, Alex. Wir freuen uns, wenn du wieder da bist und so ein bisschen werkelt sie ja noch im Hintergrund hier immer noch mit und sorgt dafür, dass die Technik funktioniert. Also von daher so ganz, ganz weit weg ist sie auch nicht. Was uns auch schon quasi direkt zum Housekeeping führt, da muss ich nämlich ein dickes Sorry abwerfen. Wir hatten so ein bisschen technische Probleme in der letzten Woche mit der Folge. Freundliche Menschen waren der Überzeugung, sie könnten sich unseren Server kurzfristig ausleihen, um irgendwelche Spam-E-Mails zu verschicken. Das haben wir dann kurzerhand unterbunden, aber aus irgendeinem Grund meinte daraufhin das Apple-Podcast-Verzeichnis, unsere Folge nicht veröffentlichen zu wollen. Ich weiß nicht warum. Sie ist im Backend bei Ihnen aufgetaucht, veröffentlicht wurde sie nicht. Ich habe Ihnen eine freundliche E-Mail geschickt, keine Antwort bekommen und seit Samstag ist die Folge jetzt da. Ja, also wenn ihr sie nachhören wollt, dann tut das gerne und wir hoffen, dass das Thema jetzt auf jeden Fall funktioniert. Alternativvorschläge, falls sowas nochmal sein sollte, ihr findet uns auch immer auf YouTube, auf Spotify und ihr findet auf der Webseite natürlich auch einen Abonnieren-Button, womit ihr einen frei zugänglichen Feed bekommt, den ihr quasi in jede Podcast-App eurer Wahl reinwerfen könnt. Dann müsst ihr euch nicht auf das Apple-Verzeichnis verlassen, falls ihr das umgehen wollt. Soviel zum Thema Housekeeping und ja, genauso wie wir so ein bisschen Sand in der Veröffentlichung der letzten Folge hatten, hatte die Eintracht auch am Sonntag so ein bisschen Sand im Getriebe, wenn es um das Überstehen der ersten Pokalrunde geht. Dennis, du hast gesagt, du willst das aufarbeiten. Mit was möchtest du denn da anfangen? Ja, ich hatte zum Glück oder auch Pech gehabt, dass ich noch keine Zeit hatte, das aufzuarbeiten. Nein, es war natürlich grauenvoll und es steckt schon tief, denn wir müssen ja alle ganz klar sagen, hätten wir da jetzt knapp verloren. Da hätten wir gesagt, Mist, hier gegen Drittligisten in der ersten Runde auszuscheiden, das nervt. Aber die Leistung, die ich da gesehen habe, die macht mir tatsächlich Angst und ja, ich weiß nicht so ganz, an welchen Drehschrauben hier gedreht werden muss, um da jetzt wieder rauszukommen aus dem Tief. Denn ich fand, es war eine kollektive schlechte Leistung. Trapp mal ausgenommen, der hat ja wirklich genial noch gehalten, uns vor Schlimmerem bewahrt. Aber ansonsten, also ich habe fast keine Worte dafür, muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, dass ihr mich ein bisschen heute aufbauen könnt, dass ihr mir ein bisschen Hoffnung machen könnt. Insbesondere, wenn ich dann auch auf den nächsten Gegner Dortmund gucke, ist das natürlich jetzt nicht unbedingt, dass ich Hurra, Hurra, du bist genial in die Saison gestartet. Deshalb, also im Moment bin ich etwas traurig, ängstigt und hoffe einfach, dass ihr mich ein bisschen aus dem Sumpf rausziehen könnt. Ich mag das schon, dass du das Schlimmstmögliche nach einer Pokal-Niederlage jetzt schon irgendwie annimmst. Das ist jetzt schon, also ich kann es ehrlich, ich weiß nicht, natürlich ist es kacke. Andererseits würde ich auch sagen, lieber Pokal aus der ersten Runde als jetzt irgendwie der dritten, vierten. Klar, ich würde auch ganz gerne ins Finale kommen. Aber wir hatten sowas ja natürlich schon öfter. Und ich glaube, das Aus an sich ist ja gar nicht so dramatisch. Eher problematisch ist irgendwie die Tatsache, genau das Wie und die Tatsache, dass man, und das muss man natürlich auch aufarbeiten, ist, dass in der Offensive, Patricia, ja gar nichts ging, ne? Ja, ich verdränge lieber als aufzuarbeiten, aber euch zuliebe mache ich das jetzt. Ja, da ging nicht viel, aber tatsächlich bin ich auch noch in dem Modus, dass ich einfach mir jetzt nicht zu viele Sorgen machen will. Natürlich hat man offensichtlich gesehen, dass da vieles noch nicht stimmt und auch noch viel Arbeit reingesteckt werden muss. Aber ich meine, das Transferfenster ist noch nicht geschlossen. Ich habe tatsächlich auch immer noch Hoffnung, dass vor allem im Sturm noch was passieren wird. Ich meine, da gab es ja auch schon einige Gerüchte und scheinbar ist die Eintracht da ja zumindest so am Werkeln. Ja, und halt, was auch krass auffällt, ist, wenn Kostic auf der linken Seite fehlt. Also wie viel dem Spiel der Eintracht dann fehlt. Vor allem, wenn das Lenz ausgleichen soll, der scheinbar doch eher so in der Defensive zu Hause ist und jetzt, klar, nicht der Schienenspieler ist, der Kostic ist, dann, ja, macht sich bemerkbar dann natürlich auch in der Offensive. Vor allem, da fehlen halt einfach diese Präsenz von Kostic fehlt einfach, dass die Abwehr, die gegnerische, sich so auf ihn konzentrieren muss und natürlich auch seine Hereingaben und alles. Also das ist nicht zu ersetzen und deswegen hoffe ich auch immer noch, dass er bleibt. Also bis das Transferfenster nicht geschlossen ist, werde ich wahrscheinlich einfach nur Angst und Bange haben. Aber ja, das ist so meine Hoffnung. Der kommt ja auch noch zurück und vielleicht hilft das auch schon. Ja, er hat es gerade angesprochen, wir haben irgendwie so keine Chance kreiert und dann gucken natürlich auch immer sehr viele dann direkt auf die Kräfte ganz vorne, auf so ein Boree und auf so ein Lindström. Ich fand aber auch, dass dahinter irgendwie wenig passiert ist. Also klar ist Kostic halt immer auch so ein Thema, der einfach auch viele Flanken schlägt und damit auch viele Chancen irgendwie einleitet. Aber wenn man mal so guckt, was so in der Mitte so unterwegs ist mit einem Rode, mit einem Sow, mit einem Kamada, die waren ja letztes Jahr auch schon alle da und trotzdem haben sie halt irgendwie nichts Gefährliches herausarbeiten können. Es war viel Langholz und da halt auch an vielen Stellen Langholz, was nicht mal irgendwie angekommen ist. Also gerade immer dieser Seitenwechsel, den man auch versucht hat, haben wir bestimmt 20 Mal gespielt, dass Lenz einen langen Ball spielt rüber zu da Costa, der halt weiter vorne steht, um da irgendwie dann in die Lücke den Ball reinzuspringen oder reinzubringen und das Ding fällt halt einfach zwei Meter vor dem Plump auf den Boden. Also das war halt auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und da finde ich es halt auch, ja, offensiv haben wir noch so ein bisschen Handlungsbedarf, aber das war in dem Spiel nicht der alleinige, so würde ich das sagen, K.O.-Punkt für uns. Du hast ja gesehen, dass es nicht der Einzige war, weil tatsächlich waren wir in der Defensive. Was ist Interessantes, denn auf der einen Seite denke ich immer wieder, naja, wir sind ja grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut besetzt auf der Verteidigungsposition und wenn ich mir dann angucke, welche Mannschaft da gespielt hat, Dika hinter Egger Tutor, dann könnte man ja auf jeden Fall meinen, naja gut, das ist super, die haben uns in der Rückrunde ja auch schon dementsprechend so zur Seite gestanden, das sollte ja keine Probleme geben. Tatsächlich war es aber im letzten Jahr schon so, dass wir sehr, sehr viele Gegentore bekommen haben und ganz so viel von dem, wie wir halt jetzt immer sagen, was das Potenzial ist und das ist es natürlich auch, aber du siehst halt nicht eins zu eins diese Übersetzung auf dem Platz und natürlich, dass wir zwei Gegentore fangen, noch viel mehr Gegentore hätten kassieren können, hätten wir den Trapp nicht gehabt. Das ist natürlich auch eine defensiv schwierige Situation, bei der ich gar nicht genau weiß, was kann man da jetzt machen, denn normalerweise haben alle drei die Qualität. Klar ist, dass ein Tutor beispielsweise, der noch nicht ganz sicher ist, dass der noch mal an sein Leistungsvermögen der Vorsaison kommt, aber trotzdem sollte das auch gerade gegen den Drittligisten möglich sein. Aber da ist es halt, das ist natürlich so eine, du hast manchmal deine Schwierigkeiten, unter Adi Hütte haben wir auch das erste Spiel im Pokal verloren und dann wurden schon schlimme Sachen angedacht, nachdem wir ja auch nicht nur den Pokal verloren hatten, sondern ja auch den Supercup richtig krass verloren haben, glaube ich, gegen die Bayern. Da gab es ja ein kleines Schützenfest. Also das waren zwei Niederlagen, wo dann schon Hütte ein bisschen angezählt war. Wir wissen ja alle, wie gut es dann im Endeffekt weiterging. Aber die zwei Sachen auf jeden Fall, dass die Innenverteidigung weiter wackelig bleibt und dass du auf den, ja, auf den Außen, da Costa nicht gut gespielt, Lenz auch nicht gut gespielt, kein gleichwertiger Satz auf der einen Seite für Kostic hast und im Endeffekt viel zu wenig nach vorne machst. Du hast viel weniger Chancen gehabt, als der natürlich motivierte Gegner aus Mannheim, das ist ja ganz klar, die waren super motiviert. Die sind aber auch, die haben einen Schnatterer gehabt, aber die sind ja grundsätzlich jetzt auch keine unschlagbaren Gegner. Das war in Kombination doch ein bisschen befremdlich. Ich fand halt auch, wir waren an vielen Stellen halt, ich weiß nicht, es wirkte so ein bisschen wie Nervosität, aber ich würde jetzt mal sagen, dass es keine Nervosität war, aber wir waren halt nicht abgekocht genug. Wir hatten einen relativ hohen Anteil Ballbesitz, gerade in der ersten Hälfte. Und wir haben uns halt immer zu irgendwelchen Flüchtigkeitsfehlern verleiten lassen. Und da erwarte ich halt eigentlich gerade aus der Abwehr heraus, wo wir ja erfahrene Spieler haben, mit einem Hinteregger, aber auch mit dem Indiker, der jetzt ja schon eine ganze Zeit lang da ist und gerade davor mit einem Rode und mit einem Sow, dass da eigentlich mehr Abgebrühtheit und mehr Cleverness da ist, um sich halt eben nicht in so schnelle Konter irgendwie verwickeln zu lassen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was du einstellungstechnisch in den Griff kriegen kannst. Ja, eine Sache dazu. Vielleicht hat mich einfach auch der, weil ich habe es wirklich nur im Live-Bild mitverfolgt, jetzt nicht nochmal irgendwie nochmal eine Zusammenfassung oder sowas geschaut, aber ich muss wirklich sagen, für mich war es wirklich, mich hat das total daran erinnert, an Testspiel, an ein Testspiel, was gespielt wird, nachdem du eine richtig harte Power-Unit morgens noch gemacht hast, wo du auf Fitness trainiert hast für die Saison. Denn entweder hat die Eintracht das Spiel nicht ernst genommen und die haben gedacht, naja, hier kommen dann, dann ist nur Mannheim, die putzen wir jetzt hier locker weg. Das wäre eine fatale Sache. Würde ich aber dann noch irgendwie sagen, ja, ist in Ordnung, ihr habt ein bisschen zu hart trainiert, ihr habt ein bisschen zu wenig regeneriert. Denn ich fand, die waren alle müde, wir waren jedes Mal einen Schritt zu langsam. Hinteregger war für mich auch bezeichnend, dann auch diese blöde Szene, natürlich dann noch Gelb-Rot, das war natürlich total bescheuert. Aber er war im ganzen Spiel immer ein bisschen zu langsam. Da Kosta, da steht er da, mit fünf Spielern umrundet und versucht noch, den Ball freizuspielen, anstatt dass er ein bisschen schlau spielt und den Ball am Gegner schießt, damit der Einwurf zumindest bei rauskommt oder sowas. Das waren alles so Sachen, die wirkten müde, die wirkten schlapp, die wirkten, das ist für mich sowas, das würde ich noch sagen, oh, hoffentlich waren sie einfach nur noch nicht, waren noch so ein bisschen im Trainingsmodus, waren noch nicht so richtig abgeschüttelt, war vielleicht noch ein bisschen übertrainiert, vielleicht hast du im Endeffekt versucht wirklich, weil die Vorbereitung war ja relativ kurz und du musst dir ja immer bedenken, die Körner für die Saison schaffst du dir in den kurz bevor du die Saison oder auch teilweise in die Saison rein, vielleicht trainieren sie momentan zu hart, sind dadurch nicht spritzig genug, denn das hat mir komplett gefehlt, hier war überhaupt keine Spritzigkeit drin. Rode, auch bezeichnet dann, ich weiß gar nicht, ist er denn verletzt gewesen oder der Wechsel in der Halbzeit war ja schon so, hast du auch gemerkt, dass der war auch nicht richtig im Spiel drin, so war okay, ihr habt schon vorhin die Leute angesprochen, Boré ist natürlich auch bezeichnend, wenn der Stürmer dann am, ja, ich sag mal, noch weit 30 Meter weg vom Tor sich die Bälle holen muss, das kann eigentlich auch nicht sein, das sind alle Situationen, das hat noch nicht gestimmt, das war im Endeffekt noch nicht eingespielt, kann ich auch teilweise nicht erwarten, trotzdem hat es mich überrascht, dass ich wirklich, ich hatte das Gefühl, wie beim Testspielcharakter, da verlierst du dann halt auch 2-0, das kann schon sein, aber ich kann es mir halt nur erklären, entweder sie waren total unfit, sie waren einfach noch total schlapp oder ich kann mir dieses, nicht ans Leistungsniveau ranzukommen, einfach überhaupt nicht erklären, auch wenn es nur ein Pokalspiel gegen einen Dritten ist und Marvin, du hast recht, es war nur ein Pokalspiel, ich will auch nicht alle schlecht reden oder Dings, aber es ist schon erschreckend und das ist eigentlich was, wo ich gehofft habe, dass das unter Glasner nicht wieder so ein Mist ist wie damals bei Hütter. Ich verstehe es, aber wie gesagt, warum muss ich jetzt da plädieren, dass man ein bisschen Contenance bewahrt, das ist jetzt, also ein Spiel macht jetzt alles kaputt. Also stimmt, stimmt. Es ist auch nicht so, als wäre das schon die definitiv finale Aufstellung, ich glaube, da gibt es noch Anpassungen und das ist auch nicht gut gelaufen, aber man muss irgendwie, glaube ich, schon noch die Kirche im Dorf lassen, natürlich, ja, es ist Fakt, dass Innenverteidigung, dass es mit der Verteidigung nicht gut geklappt hat, auch im Sturm, dass der, die Sturm läuft, Boree hast du kaum gesehen, Kamada war irgendwie auch relativ kücklos, du hast bei Lindström einige positive Aktionen gesehen, aber natürlich, es hat insgesamt nicht funktioniert, man darf auch nicht vergessen, dass der eine oder andere noch gar nicht so lange wieder im Training ist, nach Euroleague, nach EM im Endeffekt. Genau, also ich glaube, da kommt viel Schlechtes zusammen und im Endeffekt kommt auch zusammen, dass die Eintracht einfach noch nicht in diesem Wettkampfmodus gerade ist, da muss sie jetzt hinkommen. Patricia, siehst du denn auch irgendwelche positiven Dinge? Sonst muss ich mich gleich schon wieder irgendwie vor Frust mit einem Bierchen hier umgeben. Aus diesem Spiel jetzt? Naja, so grundsätzlich. Ja, also, ich glaube, die haben wir schon aufgezählt, weil es tatsächlich nicht so viele waren, Kevin Trapp, hier auch einfach nochmal mein Plädoyer aus der letzten Folge einfügen, der ist ja gar nicht so schlecht, wie ihn viele vielleicht reden wollen, aber, ja, Kevin Trapp war ziemlich gut und, ja, wie du schon angeschnitten hast, ich fand auch, vor allem so in den ersten 20, 30 Minuten, wo es noch ging, wo man auch noch nicht hinten lag, fand ich Lindström tatsächlich, hat mir ganz gut gefallen, also, die Schnelligkeit, auch so das Dribbling, die Ideen, das fand ich tatsächlich überraschend gut sogar, weil ich noch nicht, also, ich konnte es nicht so gut einschätzen, wie er da reinkommt, auch vor allem, also, ich finde vor allem seine Körperlichkeit lenkt da immer nochmal so die Gedanken ab, ob der jetzt irgendwie, ja, schon so weit ist, weil er doch sehr, sehr, sehr schmal ist, war jetzt auch gegen Drittligisten, kann man jetzt auch so argumentieren, aber das hat mir eigentlich tatsächlich in den ersten 20, 30 Minuten ganz gut gefallen, ansonsten, wird es auch schon wieder eng, von den Sachen, die mir gefallen haben, da kann ich leider auch nicht mehr viel finden und euch bedienen damit. Na, genau, aber das ist ja, wie gesagt, wir sehen es, es ist halt, wie gesagt, ich bin irritiert, auch ebenso wie irritiert wie ihr, weil natürlich nach dem Spiel gegen Saint-Étienne hatte ich natürlich ein wesentlich besseres Gefühl, da hat es ja auch in Lenz beispielsweise gut eingefügt, wir haben mit Bore jemanden gesehen, der irgendwie sehr präsent war, beide nicht positiv aufgefallen beim Spiel am Wochenende, und dann kommt noch dazu, dass natürlich zusätzliche Unkonzentriertheiten dazu führen, dass ein Hinteregger während des Spiels dann mit Gelb-Rot vom Platz geht, was auch nicht dafür zuträglich ist, jetzt hier noch einen Rückstand aufzuholen und dazu kommt halt tatsächlich, ich glaube, wir können natürlich schon diese reine Spielbewertung wegnehmen, übrigens auch Gratulation an dieser Stelle einfach an Waldhof Mannheim, die geiler, bissiger, giftiger gespielt haben, die das wollten, also das ist auch, wenn es einen Gegner trifft, bei dem man sagt, okay, dann von mir aus, dann ist es ja Waldhof, insofern ziehe ich meinen Hut vor, das ist schon geil, ich drücke denen jetzt auch alle Daumen für die nächsten Runden, vielleicht bekommt ihr ja nochmal ein geiles Los, das Geile ist ja, wir hatten ja wenigstens endlich mal wieder, auch eine gute Atmosphäre, muss man sagen, ja knapp 12.000 Leute in diesem kleinen Stadion zugelassen, das ist ja auch schön, und dann gehen wir halt weiter und müssen halt sagen, ja gut, woran halten wir uns jetzt fest, es ist halt natürlich schon so, dass wir diese Probleme jetzt auch benannt haben, dass wir halt sehen, naja, schwierig, es ist trotzdem nicht alles schlimm, so wie sonst nicht alles geil ist, wir sehen ja immer wieder, wie gefeiert viele Jungenstars, die dann zur Eintracht kommen sind, auch dass die sich nochmal anpassen müssen, dass Jesper Lindström beispielsweise, der unfassbar viele Anlagen hat, aber auch erstmal in der Bundesliga ankommen muss, dass Boré auch erstmal sehen muss, wie es in der Bundesliga zugeht, das ist halt eine Sache, und dazu kommt halt tatsächlich, und Patricia hat es ja schon angedeutet, offensiv im Sturm, Boré, na klar, coole Sache, ein Ache dürfte auf jeden Fall auch eine Rolle spielen, wenn er dann wieder im Trainingsbetrieb angekommen ist, nach seiner Olympiarunde, aber ansonsten, mir macht es ein bisschen Sorgen, dass wir Patience ja da aktuell nur haben, der der Einzige ist, der nach dem Rückstand dann reinkommt und für Wind sorgen soll, was er anderthalb Jahre jetzt nicht mehr geschafft hat, oder zumindest ein Jahr. Ja, aber du hast es ja gerade eben gesagt, also das ist mit Sicherheit noch nicht die fertige Mannschaft, das war ja das, was ich glaube nach dem Spiel Krösche auch noch gesagt hat, dass da durchaus noch der ein oder andere Spieler auf der Liste steht, und wir werden ja gleich über Jens-Peter Hauge auch noch kurz sprechen, aber ich glaube tatsächlich, dass da noch ein bisschen was passiert, wir haben ja noch knapp vier Wochen Transferfenster, also von daher wird das definitiv noch nicht die fertige Mannschaft sein, und so wie ich das verstanden habe, ist auf jeden Fall die Mittelstürmerposition noch eine, wo man noch mal so ein bisschen am Nachdenken und vielleicht auch noch am Verhandeln ist, also von daher habe ich da noch so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht tatsächlich noch einer kommt, vielleicht auch tatsächlich erst, wie es ja bei Silva damals auch war, am letzten Spieltag, so 20 Minuten, nachdem eigentlich alles schon wieder rum ist. Vor allem, wenn man ja oft, also sehr, sehr oft auch gesagt bekommt, dass die Variabilität so wichtig ist, vor allem mit diesen ganzen zentralen, offensiven Mittelfeldspielern, die wir aktuell im Kader haben, hast du halt kaum Variabilität aktuell im Sturm, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da nichts mehr passiert, zumal auch ein Borei den Eindruck macht, er braucht halt einfach einen Sturmpartner zumindest, wenn er nicht auf die Außen ausweicht oder hängende Spitze spielt, er braucht auf jeden Fall eine zweite Spitze, weil ich glaube, das ist halt kein typischer Spieler, der sich da vorne jetzt einfach reinstellt und den Buden macht, der ist irgendwie, ich finde, das ist so ein Spieler, der kann sehr, sehr gut neben einem funktionieren, um dem irgendwie auch Räume zu schaffen oder halt einfach so um den herum zu wuseln, er ist ja klein, schnell, das ist eigentlich ein geiler Spielertyp, wenn er noch so eine, ja, größere, beziehungsweise präsentere Ergänzung hat, neben sich. Ja, würde ich dir vollkommen zustimmen, also er ist tatsächlich ja auch jemand, der auch sehr viel dann nach hinten geht und da viele Bälle auch holt oder auch mal auf die Außen geht und dann wäre es halt wirklich gut, wenn du da vorne dann noch jemanden drin hast und ich glaube tatsächlich, dass so ein Spielertyp, ich will jetzt nicht wie der Weghorst sagen, aber sowas in der Richtung halt irgendwie groß, markant, der auch mal so Kopfbälle gut verarbeiten kann und so weiter, dass das schon auch so in den Spielstil, den Klaasner so im Kopf hat, irgendwie reinpassen würde und dass da vielleicht noch der ein oder andere kommt, aber auch da müssen wir dann bedenken, wenn das nicht gerade einer aus der Bundesliga ist, müssen wir dem auch wieder genauso, ein bisschen Zeit geben, um anzukommen. Also so richtig die fertige Mannschaft und so dieses auch Eingespieltheit und dann auch fertige Spielstrategie werden wir wahrscheinlich erst nach der ersten Länderspielpause haben, die glaube ich Mitte September ist. Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt und ich glaube, darüber muss man auch nachdenken und auch wenn wir uns manchmal auch mitnehmen lassen und sagen, geil, das ist jetzt eine neue Truppe am Start und da sind so viele spannende Spieler, das ist richtig, aber einhergehen natürlich mit diesen spannenden Spielern auch eine gewisse Zeit, die man ihnen gibt. Und dadurch, dass wir es nicht geschafft haben, in die Champions League einzuziehen, war uns der nächste Schritt verwehrt, dass wir beispielsweise bedeutende Spieler wie den Silber vielleicht sogar hätten erhalten können, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Transfer nochmal den nächsten Schritt machen. Das ging halt nicht, das heißt, wir müssen ein bisschen zurückgehen, wir müssen auf jeden Fall noch jemanden verkaufen. Es gibt ein Defizit der Eintracht, was einfach noch besteht, das heißt, wir werden entweder Armin Younes oder Daichi Kamada wahrscheinlich verkaufen, verkaufen müssen und dann sehen, was da noch möglich ist. Das heißt, also das sind so Dinge, die noch weggehen. Ich hoffe, dass beispielsweise ein Philipp Kostic trotz der Tatsache, dass jetzt Intermailand jetzt wirklich richtig viel Geld bekommen hat durch den Lukaku-Transfer, ich glaube... Ist das Lukaku-Ding schon durch? Das ist pretty much durch. Also 115 Millionen, die denn da irgendwie kassieren für den? Okay, dann sind sogar noch mehr. Also ich meine 115 oder 118, also irgendwas in der Richtung hatte ich heute gelesen. Also richtig absurde Bezahlung. Genau. Und dann, das heißt natürlich, könnte dann theoretisch ein Teil abfallen, falls das große Interesse an Philipp Kostic noch da ist. Das heißt also, da ist noch so ein bisschen Angst, wobei sich ja alle Verantwortlichen doch ziemlich sicher waren, dass er bleibt. Kann ich mir auch, wie ehrlich gesagt, vorstellen. Aber es zeigt sich, wir müssen dann halt, wir müssen auf den einen, auf der einen Seite, was Patrizia gesagt hat und darüber können wir ja gleich noch sprechen, über die Positionen, die noch verbessert werden sollen, muss noch was, da muss noch was passieren und auf der anderen Seite müssen wir dann halt einfach Zeit geben. Das kann schon sein, dass das wirklich eine Weile dauert, bis sich das einspielt. Ja. Ja, also definitiv. Da sind, wie wir jetzt, glaube ich, oft genug gesagt haben, viele junge Leute dazugekommen, die noch keine Erfahrung in der Bundesliga haben, die sich auch teilweise einfach erstmal diese Spielhärte irgendwie erarbeiten müssen, gucken wir uns doch Kamada an, der im ersten Jahr dann ja auch nochmal verliehen wurde und dann halt auch als komplett anderer Spieler auch dann körperlich wieder zurückkam. So ein bisschen Zeit müssen wir denen da halt einfach geben, sich an das alles zu gewöhnen und dann auch die Spielidee, die der Trainer hat, dann dort auch umzusetzen. Also ich glaube auch, nur weil wir jetzt einen Trainer geholt haben von einer Mannschaft, die jetzt am Ende dann doch in die Champions League gekommen ist, die aber bei den Wechseln nicht bis fünf zählen kann, müssen wir halt dann auch da ein bisschen Zeit geben, bis das dann funktioniert. Ich glaube, die Erwartungshaltung, dass so ein Trainer im ersten Jahr komplett irgendwie durchsteigt und auch mit Mannschaft und dann irgendwie nochmal 20 Prozent rauflegt, ich glaube, die ist auch ein bisschen zu fußballromantisch an der Stelle. Es ist halt schwierig, wenn du in Corona-Zeiten deinen Rekord-Torschützen verlierst mit André Silva und das kannst du auch einfach nicht adäquat ausgleichen. Also wie soll die Eintracht arbeiten? Sie kann jetzt eigentlich quasi nur junge Spieler, die noch einigermaßen finanzierbar sind, die aber dann Zeit brauchen, holen oder irgendwie Leute, die schon über den Zenit hinaus sind in etwa, so DOS-Transfers so ein bisschen. Alles andere ist ja kaum möglich mit der finanziellen Situation aktuell. Also so wirklich viel vorwerfen kann man ihnen auch quasi nicht. Also klar, man könnte ihnen jetzt vorwerfen, wenn die Spieler einfach nicht geholt werden und einfach elementare Lücken im Kader offen bleiben, das schon. Aber ja, dass da jetzt nicht die Bomben-Transfers kommen, das ist glaube ich, ja, auch so liegt jetzt so in der Natur der Sache gerade. Zumal man auch ergänzenderweise sagen muss, wir und auch an verschiedenen anderen Stellen ist im letzten Jahr immer wieder gesagt worden, die Eintracht muss Werte schaffen, muss Spieler haben, die, wo auch noch irgendwie eine Steigerung drin ist, die sich entwickeln können, wo man auch wieder irgendwie dann Re-Invests mitmachen kann. Das sind nun mal junge Spieler, also mit einem Spieler, der halt irgendwie 30 ist, kannst du keine großen Werte mehr schaffen, es sei denn, er heißt irgendwie Messi oder irgendwas, dann vielleicht. aber da hört es auch schon schnell wieder auf. Aber ich muss tatsächlich sagen, es ist wunderbar, denn ich bin tatsächlich gar nicht mehr so abgefuckt wie am Anfang der Sendung, das ist schon mal wunderbar, das habt ihr schon mal hinbekommen, denn mir ist jetzt gerade, wenn ihr hier so davon sprecht, junge Leute, Werte schaffen und so weiter, natürlich regt man sich in so einem Spiel jetzt wie am letzten Wochenende auf, dass Tutor dann da seine Fehler macht, dass Endika vielleicht auch nicht so überragend spielt wie manchmal sonst, aber das sind ja auch, das sind ja die jungen Spieler, die wir einfach hochgezogen haben, die jetzt mittlerweile schon Stammspielen, wo wir im Endeffekt sagen, wow, das ist eigentlich hier unsere Top 11, da spielen Spieler wie Endika, der super Junge ist, Tutor, der super Junge ist, das ist doch schon, da haben wir doch schon super was geschafft. Für mich ist das Einzige, wo ich mir schwer tue momentan, ist, ich habe sozusagen diesen krassen Bruch in der Mannschaft so gar nicht, ja, so persönlich wahrgenommen. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben an ein paar Stellen natürlich Spieler verloren, und ihr habt schon richtig gesagt, hier Leistungsträger wie Silver vorhin, das ist, das tut schon richtig weh. Du hast aber im Mittelfeld und so weiter, hast du ja schon auch noch viele Spieler, viel Potenzial. Kostic, klar, hat jetzt am Wochenende nicht gespielt, wird sicherlich hoffentlich wieder kommen. Ja, da war ich auch gedanklich, dass ich gedacht habe, von wegen, wie kann das sein, wir haben ja eigentlich nur Silver abgegeben, aber wenn du dann mal guckst, wer an neuen Spielern, in Anführungszeichen, da jetzt am Wochenende gespielt hat, dann hattest du einen Bore, du hattest einen Linztröm, du hattest einen Lenz, und da Costa musst du ja auch mitzählen, weil er ja im letzten Jahr auch nicht da war. Das sind ja schon vier Leute. Ja. So, und dass das dann noch nicht so ideal ineinander greift, ist glaube ich auch verständlich. Ich meine, das Meckern wäre jetzt an der Stelle viel höher, wenn da ein Kostic gespielt hätte, wenn da ein Erik Durm gespielt hätte, ein Younes und ein Kamada und ein weiß ich nicht was vorne, dann wäre das natürlich eine ganz andere Herangehensweise gewesen, aber so hast du schon ein Drittel der Leute, die halt einfach noch nicht so in diese Mannschaft integriert waren und die ja auch dann die Vorbereitung nicht komplett mitmachen konnten, Borea auch relativ spät erst gekommen und der auch einfach, wie gesagt, da hatten wir ja letzte Woche ja auch kurz drüber gesprochen, der ja auch bis vor einer Woche noch in einem anderen Wettbewerb gespielt hat, der vielleicht dann auch einfach die 90 Minuten nicht durchrennen kann. Also das ist schon alles irgendwie nachvollziehbar. Trotzdem hätte man sagen müssen, einstellungstechnisch hätte da irgendwie mehr passieren müssen. Das schon, aber das macht ja auch Hoffnung, finde ich, so ein bisschen, wenn man bedenkt, wie krass der Kader eigentlich doch zusammengehalten wurde, sagen wir, wenn Kostic bleibt. Das ist so meine Voraussetzung, weil Kostic für mich tatsächlich so ein Dreh- und Angelpunkt ist. Aber bedenken wir einfach, was für eine Achse da ist mit Kevin Trapp. Dann hast du Indica, was auch nicht von vornherein klar war, dass er jetzt noch bei der Eintracht bleibt. Hinteregger, du hast noch Rode und Sow, du hast auch Hasebe, der ein fester Bestandteil der Mannschaft ist. Dann gehst du weiter vor und hast Younes und Kamada oder Schrägstrich, weiß man jetzt noch nicht genau, aber einer von beiden wird sicherlich bleiben. Und das ist halt schon sehr, sehr viel von der Kernmannschaft, die eigentlich auch Großes geleistet hat zuletzt. Deswegen mache ich mir da tatsächlich noch nicht so viele Sorgen, vor allem auch, was dann die neuen Spieler betrifft, um die dann darum herum quasi langsam an die Mannschaft rangeführt werden. Also das hat ja auch seine positiven Seiten, dass das jetzt noch nicht so gut zusammenlief. Okay, da hatten wir ja schon genannt, das kann viele Gründe haben. Es kann auch einfach ein schlechter Tag sein, was auch immer. Aber ich glaube, über die Saison hinweg wird das schon noch uns auch zugutekommen. Von daher, ich finde diese Ausgangsvoraussetzung halt an der Stelle gar nicht so verkehrt. Du hast einen relativ stabil gehaltenen Kader an den Leuten, die im letzten Jahr performt haben, wo du eine gewisse Sicherheit einfach hast, wo du weißt, auf was du zurückgreifen kannst. Du hast aber dann auch als Ergänzung junge Spieler, die Talent haben, die noch viel Karriere vor sich haben, wo auch, wäre jetzt mal meine Voraussetzung oder Vermutung, einfach auch ein gewisses Maß an Ehrgeiz da ist, Spielzeiten zu bekommen. Das heißt, du hast auch diesen Konkurrenzkampf, du bist variabel. Also das ist jetzt per se erstmal alles nicht so schlecht, wenn man jetzt eben an diesen kleinen Positionen und das wäre jetzt tatsächlich so die Frage, welche Positionen würdet ihr jetzt vielleicht auch mit dem Spiel im Kopf noch sehen, außer dem Sturm, wo man nochmal irgendwie so ein bisschen nachlegen muss, ist das an sich keine schlechte, keine schlechte Ausgangsposition für einen Liga-Betrieb für Euroleague. Ja, das ist es und im Endeffekt ist es natürlich auch so. Es wurde in der letzten Saison oftmals gesagt, guck mal, die Papa-Mannschaft der Eintracht, wo ein paar ältere Spiele natürlich auch aufgrund der Innenverteidigung, die damals teilweise mit Abraham und auch Hasebe noch gespickt war, die natürlich den Altersschnitt ganz nach oben drängen, aber da war das natürlich eine wesentlich ältere Mannschaft. Jetzt hast du halt schon ein bisschen einen kleinen Wechsel, auch in Boree, wie gesagt, mit 25 ist relativ jung, wir haben Lindström 21, allein wenn ich mir den Kader der letzten Woche anschaue, und Kamada ist ja auch noch relativ jung. Also da sind sehr, sehr viele, Dika, Tutor, das ist schon krass und das heißt natürlich, dass die natürlich auch erstmal wieder auf ein Niveau kommen müssen, aber wenn du das schon ansprichst, dann würde ich natürlich schon sagen, klar, wir haben im Sturm viel gesagt, für mich ist es tatsächlich ein Riesenproblem, ich muss ganz ehrlich sagen, das könnt ihr in den Kommentaren vielleicht ein bisschen anders sehen, ich weiß, es gibt auch einige, die starke Befürworter des Pacienzas sind, aber tatsächlich ist es halt bei mir so, dass ich glaube, dass das Jahr Schalke ihn ein bisschen gekillt hat, wenn ich ehrlich bin, das hat ihm nicht gut getan, das ist leider auch der typische Schalke-Nimbus, den viele da mitmachen, aber ich glaube, ein sehr großes Problem könnten wir bekommen, da bin ich jetzt auch auf eure Meinung gespannt, in der Innenverteidigung, denn ich finde, klar, mit Dika geiler Typ, Inter-Egger geiler Typ, Tutor cooler Typ, natürlich ist es gut, aber es ist so, dass du mit Almami Touré einen potenziellen Rechtsverteidiger hast, der natürlich auch Innenverteidiger spielen kann. Du hast mit Stefan Illsanker einen defensiven Mittelfeldspieler, der natürlich auch Innenverteidiger spielen kann und auch in Hasebe ist nicht mehr der Jüngste. Auch wenn die Eintracht sagt, sie ist dort sehr gut besetzt, so würde ich das zumindest in einer gewissen Art und Weise doch in Zweifel ziehen und bin mal gespannt, wie ihr das seht. Ich sehe es tatsächlich ziemlich ähnlich, mir ist da zu wenig Backup drin, ich hatte es ja letzte Woche auch schon mal angedeutet. Klar wäre das immer nach aktueller Lage so die ersten, voraussetzt, wir spielen mit einer Dreier-Fünfer-Kette, wären das so die ersten drei, die ich aufstellen würde, mit einem Dicker, Hinteregger und einem Tutor. Wenn ich dann aber sehe, dass du zum einen sagst, Tutor ist noch jung, der hat noch viele Entwicklungsschritte und damit muss man ihm eben auch zugestehen, dass er mal schlechte Spiele hat, einen schlechten Tag hat, dann hast du da wenig Auswahlmöglichkeiten. Jetzt haben wir es am Wochenende eben auch gesehen, dann sind mal schnell irgendwie viele gelbe Karten im Spiel und dann hast du vielleicht auch irgendwie mal so eine fünfte gelbe Karte oder wenn es halt ganz blöd läuft, mal so eine gelb-rote Karte. Dann ist mir da zu wenig Backup drin, plus eben den Faktor, dass wir mal mindestens in der Euroleague-Phase sehr viele englische Wochen haben werden. Wie willst du denn da großartig rotieren? Und klar, eine Ilse Anker schafft mal irgendwie drei Spiele und das hat er in der letzten Saison auch gezeigt und Hasebe macht auch viel einfach Überstellungsspiel weg. Aber wenn wir dann wie jetzt am Wochenende die Thematik haben, dass du in schnelle Konter reinläufst, weiß ich nicht, ob ich mich da so geil mitfühlen würde mit einem Hasebe und einem Ilse Anker da als Backup-Innenverteidiger, die dann versuchen müssen, irgendwie so einem 21-jährigen Vollblutsprinter der gegnerischen Mannschaft hinterher zu laufen. Oh, weiß ich nicht. Also das wäre tatsächlich auch so eine Position, wo ich sagen würde, da nochmal eine gute Backup-Variante fände ich tatsächlich auch irgendwie ganz gut. Patricia, wo hast du noch Schmerzen? Bei mir war es halt, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, das ist jetzt nicht meine Nummer-Eins-Baustelle. Ich verstehe den Punkt und ich hätte auch absolut nichts dagegen, wenn noch jemand kommt. Also je mehr, desto besser und ich bin sehr, sehr froh, wenn da noch eine Verstärkung wäre. Meine Bedenken waren halt, wie ist das finanziell machbar und so weiter und so fort und kann man da nicht vielleicht, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen einem Stürmer und einem Innenverteidiger, klar der Stürmer und so weiter und so fort. Wenn beides geht, natürlich gern. Ich weiß es halt nicht, inwiefern die Situation aufkommen wird, dass Hasebe und Il-Sanka gleichzeitig spielen. Das sehe ich jetzt nicht so krass. Klar, wenn jetzt irgendwie einer mal gesperrt ist und der andere verletzt, dann wird es schon eng. Aber ansonsten haben wir mit Hinti, Tuta und Endika ja die feste Stammbesetzung dort, wobei man Tuta die Fehler eingestehen muss. Aber ich weiß auch nicht, wenn man dann doch vielleicht auf Viererkette stellt, hat man ja wieder nur zwei Positionen und dann ist Tuta quasi das Backup, was schon in Ordnung wäre, plus Hasebe plus Il-Sanka. Ja, man muss auch bedenken, Ilse hat das jetzt nicht so schlecht gemacht, wenn er mal, wie René sagte, jetzt für zwei, drei Spiele kommt. So als Stamm würde ich es auch ungern sehen, aber halt für mal so ein Spiel kann er schon machen. Von daher, ja, also ich würde einen nehmen, wenn es möglich ist, sagen wir mal so. Aber auch da muss man überlegen, was bekommt man dann für einen Spieler, weil der muss sich natürlich auch irgendwie hinten anstellen. Also vor allem, wenn es da eine Viererkette gibt, dann hat er vor sich Hinti, Endika und eventuell noch Tuta und dann kommt er erst. In der Fünfer- beziehungsweise Dreierkette muss man dann gucken, macht er vielleicht Tuta den Platz sogar streitig? Wenn nicht, muss er sich dann auch hinten anstellen und ist quasi ein Ersatzspieler. Und bekommt man dann einen guten Innenverteidiger, bei dem ihr jetzt zum Beispiel keine Bauchschmerzen hättet oder beziehungsweise jetzt nicht, ja, so ein bisschen mulmig ins Spiel gehen würdet, wenn er dann doch mal spielt? Also meine Frage ist dann, was für einen Spieler bekommt man für das Budget, für diese Rolle, der aber auch irgendwie gleichzeitig, ja, zufriedenstellend ist? Also ich... Das ist eine gute Frage. Da will ich mal ganz kurz reingehen, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Bei der ich auch keine hundertprozentige Antwort habe. Denn natürlich ist es so, dass wir ja mit Hasebe noch einen alten Fahrensmann, größer an dieser Stelle an Herbert Prohragen haben, der ja natürlich auch Innenverteidigung spielen kann und ein bisschen auch das ausfüllt, was ich gedanklich immer wieder mit mir trage, so von wegen, er könnte Tuta so ein bisschen den Rücken freihalten. Also ich vergesse irgendwie Hasebe so ein bisschen, weil er halt mittlerweile schon so alt ist, dass ich denke, naja gut, eigentlich kann der gar nicht mehr spielen. Er macht es ja trotzdem noch. Aber klar, das ist richtig, weil du kannst natürlich nicht jemanden, eigentlich kannst du nicht jemanden, der voll im Saft ist, wie ein Kempf, über den wir ja vor ein paar Wochen oder so mal gesprochen haben, der mal so lose mit der Eintracht in Verbindung gebracht wurde. Jemanden wie Kempf vom VfB Stuttgart, der mal bei der Eintracht war, kannst du aber eigentlich nicht holen, weil du ihm definitiv nicht zusichern kannst, dass er eine Position übernimmt, weil er wäre dann Backup. Und er wäre Backup in einem Alter, in dem du kein Backup sein solltest. Also insofern ist das natürlich schon eine schwierige Kiste. Die einzige Überlegung, die ich dann hatte, im Wunderland der Wünsche, hätte ich dann vielleicht gesagt, naja gut, vielleicht so ein bisschen, denn ein bisschen jünger ist als Hasebe, dann vielleicht noch, ja, aber es fällt mir auch schwer. Ich komme nicht drum rum, aber halt auch wieder in dieser Variante, dass du dann halt auch nix hast, was jetzt vielleicht so richtig gut passt. Also dann sind wir wieder in dieser Thematik, irgendwie so letzten Jahre der Karriere, vielleicht ein bisschen jünger als Hasebe. Ja, haben wir ja im Prinzip. Ja, wie gesagt, ich hatte trotzdem, das wollte ich noch erwähnen, ich hatte immer noch an David Luiz gedacht, der auch der Brasilianer ist, gerade ablösefrei, der ist als Vertragslos und habe mir gedacht, naja komm, vielleicht hat er ja Bock. So tut er noch so ein bisschen ranzuziehen oder so, keine Ahnung, ob man ihm irgendwelche Incentives bieten kann. Ich glaube, der würde auf jeden Fall die Ticketverkäufe und gerade die Trikotverkäufe noch mal ein bisschen anziehen. Ja, aber sowas von. Geile Nummer auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall eine geile Nummer. Das ist auch so richtig Arschlochcharakter nochmal da hinten drin. Der geht halt auch, das ist halt auch irgendwie so ein brasilianischer Abraham. Der rennt halt auch streich um und lacht noch dabei. So, aber das ist jetzt interessanterweise genau der Punkt, den wir komplett ignoriert haben in den letzten Wochen, weil es ist natürlich so, dass wir immer sagen, ja, es funktioniert ja gut und im Endeffekt haben wir eine akzeptable beziehungsweise eine gute Mannschaft, aber es ist natürlich schon so, dass jetzt gerade so ein bisschen der Brecher, der Arschloch-Typ halt uns schon abhanden gegangen ist. Mit dem Wechsel von Abraham, ich will nicht noch wieder die nächste traumatische, eigentlich war die gut, aber trotzdem ein bisschen traumatisch zu Ende gegangene Saison mit reinbringen, aber wo uns vielleicht auch diese Arschlochhaftigkeit und so ein bisschen die Bissigkeit von Abraham gefehlt hat, gerade im Endspurt, ja, vielleicht wäre das halt, also so diese kantige Typen, so ein bisschen fehlt das vielleicht und er würde das auf jeden Fall mitbringen. Ja, also mich hast du überzeugt, ich will ihn sofort in der Mannschaft haben. Coole Nummer, coole Nummer auf jeden Fall. Eine Sache noch zu eurem Statement zur Innenverteidigung, bin ich auf jeden Fall voll bei euch, wenn du irgendwie so jemanden natürlich bekommen könntest für irgendwie finanzierbar, geile Sache, Marvin, also an so einen habe ich natürlich jetzt gar nicht gedacht, sondern eher so auf der Liste, wer ist denn wirklich irgendwie, ja, nah an der, auch schon genannt worden und so weiter und das sind meistens die Namen, wo du wirklich sagst, boah, will ich mir das wirklich antun und ist, da bringt ja nicht eher Unruhe rein. Was mir auf der anderen Seite wirklich gut gefallen hätte und da hast du auch das eigentlich in deinem Statement schon gesagt, wenn du eine Position finden würdest, der sowohl die Vakanz auf der Sechser-Position einnehmen kann plus Innenverteidigung, denn eigentlich brauchst du und da haben wir offen ja schon öfter drüber gesprochen, dass die Sechser-Position auch einfach, ja, sie ist relativ, du hast das wieder gesehen, da ist wieder nicht viel eingefallen, dann klar, Hasebe ist in einem gewissen alter Rode, offensichtlich macht er auch der Körper immer mal zu, so ist super, so ist gesetzt, alles in Ordnung, so fällt aus, dann wird es mir da auch schon wieder Angst und Bange auf der Position, deshalb hätte ich schon eigentlich einen gerne und da muss man überlegen, kann man dann vielleicht eine Preisstufe auch etwas mehr Geld ausgeben, denn du hast vielleicht mit einer Person, die eben sowohl die Sechser als auch die Innenverteidigungsposition einnehmen kannst, denn ich sehe auf beiden Positionen Probleme oder Lücken, Patrizia, dein Statement war es glaube ich letzte Woche auch schon Sechser-Position, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, das ist ja schon immer und lange Zeit ein Problem, ist auch oft finanziell fast nicht zu stemmen, da richtig was richtig Geiles zu bekommen, der nach vorne arbeitet, ich glaube aber, dass du schon am Markt Spiele hast, die eben dieses Defensivpotenzial auch auf der Sechser-Position nochmal mitbringen könnten, trotzdem auch ein bisschen Fußball spielen können und so weiter, also da würde es mir schon gefallen, wenn wir vielleicht hier eine Möglichkeit hätten zu sagen, es ist ein Spielerprofil, was jetzt nicht rein für die Innenverteidigung ist, weil da ist wirklich problematisch, wie gibst du den Leuten eine, in Anführungszeichen, Gewährleistung, dass sie spielen können, wenn du aber jemanden hast, der Variabel 6 und Innenverteidigung spielen kannst, hast du, glaube ich, sehr, sehr viele Spiele, gerade bei dieser jetzt ja nur noch Doppelbelastung, aber es sind ja trotzdem hoffentlich noch viele Spiele in der Euroleague, die, wo Einsatzzeit einfach benötigt wird oder auch die Spieler zur Einsatzzeit kommen, deshalb wäre es schon schön, wenn wir hier was finden würden, weil für beide Positionen Einzelspieler zu finden, ist, glaube ich, erstens nicht bezahlbar und zweitens ist dafür, weiß ich nicht, ob die Verantwortlichen die Vakanz auf der Sechser-Position auch deutlich genug sehen, weil eben zentrales Mittelfeld, meiner Meinung nach hat zentrales Mittelfeld ist einfach teilweise zu weit weg, diese Position, die wir hier spielen oder dieses, gerade mit der Dreierkette, wenn die Außen sehr weit vorne stehen, brauchen wir eine gut funktionierende, genau, und da brauchst du eine gut funktionierende, gut defensiv arbeitende Spieler, die voll im Saft sind, die volle Power geben können, ich finde schon, dass da ein Problem im Moment ist, einfach in der Kaderbreite, aber gut, muss mal gucken, wäre schön, wenn da jemand wäre und wenn du dadurch dann natürlich sagst, ich bediene zwei Positionen mit einem Spieler, ist vielleicht auch der finanzielle Rahmen etwas größer, auch wenn wir darüber sprechen müssen, Marvin, du hast es vorhin schon richtig gesagt, im Moment geht es eher noch darum, das Defizit nochmal durch den Verkauf zu reduzieren, trotzdem hoffe ich, dass wir vielleicht doch den einen oder anderen Euro mehr verdienen, um hier eine Etage höher zu greifen, denn ob es uns was bringt, dass wir, natürlich David Lewis oder sowas, das wäre natürlich genial, aber wenn du dir natürlich irgendeinen Oldie da hinten reinstellst, der einfach nur als Backup dann auf der Bank sitzen muss, weiß ich nicht, ob das wirklich der Weg ist, den wir jetzt gehen sollten, aber klar, jeder Spieler hilft uns, vielleicht haben wir aber ein bisschen Potenzial und könnten auf die beiden Positionen mit einem Spieler besetzen. Ja, ich hätte da den idealen Spieler, David Lewis hat auch in seiner Lebzeit 37 Spiele auf der defensiven Mittelfeldposition gemacht und von da aus sogar vier Toren eine Vorlage. Dann haben wir, das ist doch die Lösung, ja. Wusste ich auch gar nicht, dass der Typ so viele Tore auch gemacht hat, er hat 388 Spiele als Innenverteidiger gemacht und dabei 27 Tore gemacht und 16 vorbereitet. Ja, hat leider nur dann auch wie so viele den typischen, also ich glaube, das britische Pendant nicht ganz so schlimm von Schalke ist, glaube ich, der FC Arsenal immer so ein Verein, wo du denkst, oh, das ist ein geiler Verein, ein guter Verein. Ich habe so irgendwie früher mal gedacht und weil du auch mit Arsene Wenger einen Trainer hattest, den man immer sympathisch fand, aber im Endeffekt ist es auch kein guter Verein, die auch jahrelang nicht viel Gutes gemacht haben und David Luiz hat dann in der Zeit, in der er zuletzt dann bei Arsenal noch gekickt hat, hat seiner Karriere nicht wirklich gut getan, will ich meinen. Aber klar, Spottenthal ist der, aber wie gesagt. Viele Erfahrungen, also er hat ja auch Europa Cup gespielt, da durfte die Eintracht ja auch mal gegen ihn spielen. Ist halt auch nicht ganz so ernst gemeint von mir, aber vielleicht Ich finde die Idee aber geil. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Herr Grösche, wenn Sie zuhören, David Luiz, it is. Haben wir noch andere Positionen? Was ist denn mit der Rechtsaußenposition? Die habe ich jetzt immer wieder gehört. Ist ja auch seit Jahren so eine unserer beliebtesten Baustellen. Klar, wir haben Blanco da als eine Variante und Ache kann ja auch auf dieser Position spielen. Aber ist das tatsächlich dann unsere, oder sind das unsere Nummer 1 Möglichkeiten oder wäre das tatsächlich auch noch so eine Position, auf der ihr nachliegen würdet? Naja, Blanco braucht noch, glaube ich. Der war ja auch jetzt gar nicht im Kader oder so. Also ich schätze mal, das wird auch dauern. Ja. Wie alt ist der? 17? Korrekt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ist glaube ich jetzt sowieso erst mal ein Investment in die Zukunft. Hauge kann halt tatsächlich auch rechts. Ich weiß nicht, inwiefern das auch ein Plan ist von der Eintracht, weil ich hoffe mal, der Plan ist nicht, dass er links spielt, weil das würde irgendwie schlechte Signale Richtung Kostich senden, also beziehungsweise Richtung eines Kostich-Verbleibs. Aber denke ich mal nicht, der ist ja relativ flexibel einsetzbar vorne, also quasi überall, somit auch rechts. Deswegen könnte ich mir das ganz gut vorstellen, vielleicht sogar. Ja, ansonsten sind wir eigentlich wieder in der Diskussion, in der wir immer sind, wer von den Leuten, die wir auf rechts haben, die eigentlich alle relativ solide sind, aber auch nicht so der Kracher spielt denn jetzt. Also ist es der Durm, ist es der Costa, ist es Touré, wenn er mal nicht verletzt ist. Das ist ja immer so, das haben wir ja schon die ganze letzte Saison quasi das Spielchen gespielt und so wirklich zu einer Einigung sind wir auch nie gekommen. Und der Weizere hast du sogar Chandler noch, also du bist ja, das ist ja der Wahnsinn, du hast vier Spieler im Endeffekt für die rechte Verteidigerposition und so wirklich zufrieden, wie du so ein Sachs-Badritsch hast. Für die rechte Verteidigerposition, da sind wir doch schon wieder an dem eigentlichen Problem. Auf der rechten Verteidigerposition haben wir Spieler wie Sand am Meer, aber wenn es halt jetzt so wirklich um die rechtsoffensive Variante geht, also wirklich einen, der als Pendant zu einem Kostic da vorne agiert, wuselig ist, Flanken reingibt, vielleicht auch mal mit dem Ball nach innen zieht, da hört es halt dann auch relativ schnell wieder auf. Das ist so, ja, ja, genau, nee, hast du völlig recht. Das ist, glaube ich, die dritte Saison in Folge, wo wir über diese Position sprechen und wo sich noch nichts getan hat. Also entweder, also der Costa ist ja, hat ja gezeigt bei Mainz, dass er Potenzial hat, das wieder ein bisschen auszuschöpfen und so weiter. Marvin hat ja auch mich gut eingefangen, hat gesagt, erstes Spiel, müssen wir erst mal gucken. Bin ich auch dabei, ist, da Costa ist für mich der gesetzte Mann momentan noch von denen, die wir da zur Verfügung haben. Ich glaube auch tatsächlich und wäre natürlich toll, wenn es ein Wunschkonzert wäre, aber da gibt es sicherlich auf jeder Position noch, könnte man jetzt die Tabelle durchgehen, würde sagen, da können wir noch einen hinsetzen, da können wir noch einen hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich die entscheidendste Position mit ist. Wir haben ja schon drüber gesprochen, vorne der Sturm, definitiv die, eine ganz, ganz wichtige Sache hier in Verteidung. Dings ist natürlich dann die Frage, wann, weil wir haben ja auch beim Spiel am Sonntag hatten wir auch umgestellt, dann irgendwann auf Viererkette, also in Anführungszeichen Viererkette doch, oder? Wir haben auf Viererkette umgestellt, nach dem 2-0 ist Tuter raus und dafür kam Younes rein. Das Problem war halt, dass dann ein paar Minuten später hinter Edgar die gennode Karte gesehen hat und damit war diese Variante wieder so ein bisschen obsolet. Deshalb war das so skurril, ne? Ja. Aber das kann natürlich sein und da habt ihr schon, das habt ihr vorhin ja schon schön ausgeführt, das ändert natürlich auch den gesamten Kaderverbleib oder die Kaderbreite in der Verteidigung auch. Ja, ich bin gespannt, ich muss wirklich sagen, da kostet er, ich würde ihm auch noch ein paar Chancen geben, denn wir haben das ja schon bei der Eintracht gesehen, das Potenzial, das er abgerufen hat. In Mainz ist er auch wieder zumindest ein bisschen rangekommen. Jetzt kann man bei einem Spiel nicht sagen, Mensch, der ist ja eine Volltröte wieder sofort wieder austauschen. Für mich momentan hat er die Nase vorne, ich weiß nicht, wie ihr es seht auf der rechten Seite, denke ich schon, dass wir jetzt eher ihn noch ein paar Mal sehen werden, aber eine Königslösung ist das natürlich auch nicht im Moment. Ja, also schwierige Kiste, also auf der rechten Verteidigerposition oder auf der rechten Position, ich habe mich sehr gefreut, dass da Costa noch da, wieder da ist und ich will eigentlich, dass das nochmal weiter getestet wird. Man muss aber auch sagen, und es bleibt, dass ein Durm eigentlich eine Saison gespielt hat zuletzt, die keiner zwingenden Auswechslung bedarf. Und also, ich weiß nicht, am Ende kannst du beide spielen lassen. Jetzt gegen Waldhof fand ich das Outing von da Costa erneut nicht, also wieder nicht so geil. Wir werden es abwarten. Also ich finde, das ist eine 50-50 Entscheidung und ich muss auch sagen, wenn ein Durm spielt, dann hat er sich das auch in der letzten Saison einfach verdient. Ja, ist richtig. Habt ihr sonst noch Baustellen, wo ihr noch nachlegen würdet? Wir haben ja quasi den halben Kader auseinandergenommen, außer links und zentrales offensives Mittelfeld. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt überall irgendwo was zu mekeln gehabt. Ja, und am Torwart haben wir nichts auszusetzen. Ja, stimmt. Ja, also wie berühmte Persönlichkeiten sagen, Kevin Trapp erstrahlt Sicherheit aus. Tja, es ist halt, ich glaube, daran, da macht es auch überhaupt gar keinen Sinn jetzt nochmal zu operieren. Also ich meine, ja, ich glaube, das ist definitiv eine Stellung, die sollten wir jetzt einfach erstmal behalten und dann gehen wir weiter und ja, das kann vielleicht irgendwann mal wieder relevant werden. Aktuell macht es aber einfach gar keinen Sinn und klar, gehen wir nochmal ganz kurz dazu, wie es jetzt aktuell vielleicht aussieht in Sachen potenzieller Abgänge. Ich meine, wir haben jetzt über die, wir können ja gleich noch über die Neuzugänge sprechen, aber ich denke, es ist schon vielleicht ganz, also gar nicht so unwichtig, mal zu gucken, was da genau Sache ist. Es gibt ja, glaube ich, sehr, sehr viele unterschiedliche Emotionen, Gefühle bezüglich potenzieller Abgänge. Da muss man sagen, dass es ja schon so aussieht, als gäbe es ein neues Angebot für einen Armin Younes. Es gibt halt wirklich die Möglichkeit, in einen arabischen Raum zu wechseln. Das ist natürlich eine Option, der ich mir persönlich sehr schwer tue, ihn dort zu sehen in dem Alter. Das muss man aber sagen, ist offenbar wirklich eine relativ heiße Angelegenheit. Gleichzeitig lässt er sich im Training überhaupt nicht irgendwie liegen fallen. Der hat auf jeden Fall Bock und will eigentlich weiter. Die Frage ist mir, die einzige Frage, die ich mir da stelle, vielleicht hängt es damit zusammen, das wissen wir gar nicht genau, dass der körperliche Zustand vielleicht gar nicht so krass ist, also dass der Körper vielleicht gar nicht noch drei Jahre Bundesliga durchhält und er da auch jetzt denkt, okay, jetzt kann ich im arabischen Raum wesentlich mehr Geld verdienen für weniger Arbeit. Also ich will ihm da vielleicht auch gar nichts Böses, da muss man nur überlegen, ob das vielleicht... Ja, ich habe vielleicht auch nicht nur eine Entscheidung von ihm, es könnte ja dann auch genauso auch eine Entscheidung sein, die die Eintracht an der Stelle halt eben auch mitgeht. Ich meine, er ist jetzt ja erstmal noch nicht fest verpflichtet, wir müssten zwar eine geringe, aber wir müssten auch erstmal eine gewisse Ablöse bezahlen und das natürlich dann auch die Frage ist, wenn du dann eben dich für diesen Spieler entscheidest und dafür vielleicht einen anderen Spieler wie Karmann abgibst, musst du ja auch zumindest die Sicherheit haben, dass er eine gewisse Anzahl von Spielen da macht und wenn du da halt auch so ein bisschen Bedenken hast, was die körperliche Fitness angeht, dann ist das vielleicht auch tatsächlich nicht die erste Wahl. Ich glaube, dass der Verein halt auch dementsprechend einigermaßen an Geld locker macht, wenn es wirklich, ich glaube, arabischer Raum, Al-Shabaab oder irgend sowas, ja, keine Ahnung, habe ich noch nie spielen sehen in diesem Verein, aber wenn die Geld locker machen, dann wird es auch vielleicht gar nicht so wenig, das kann das sich dann für uns dementsprechend auch rentieren und dann ist es vielleicht eine Win-to-Win-Situation, aber das heißt dann auch, dass definitiv ein Kamada bleiben muss, weil zwei auf der Position können wir nicht verlieren. Nee, das definitiv nicht, also du hast zwar jetzt mit einem Lindström jemanden, der da halt auch spielen kann und ein Borek kann er ja auch an der Stelle prinzipiell spielen und du scheinst dich ja jetzt auch so ein bisschen auf so eine Variante mit vielleicht einem Stürmer irgendwie wieder festzulegen, aber zwei abgeben würde ich halt auf keinen Fall, also entweder Junis oder Kamada und dann ist halt wie gesagt die Sache mit, wenn du dich für Junis entscheidest, dann muss er halt auch mal prinzipiell fit sein, 34 Bundesliga-Spiele da am Stück durchzureißen. Aber Leute, es kommt doch eigentlich darauf an, ich würde gar nicht sagen, Junis oder Kamada und beide sind unfair oder beide abzugeben ist ein absolutes No-Go und würde ich nicht mahnen, es kommt darauf an, was du holst, denn ihr habt vorhin angesprochen, es sind jetzt noch drei Wochen, glaube ich, die die, ja sozusagen, Transferperiode noch läuft, wenn du im Endeffekt, und wir haben auch schon häufig genug über Kamada geschimpft, insbesondere, ja, er hat natürlich, nein, nicht insbesondere du, ich nehme mich da gar nicht aus, es ist, es verfälscht natürlich auch, wenn du dir die Statistiken dann anschaust, wie viele Vorbereitungen und so weiter, er dann wirklich Scorer Points und so weiter gemacht hat, das ist schon, der ist schon sehr, sehr gut. Ich sage aber auch nicht, dass es einer ist, der unersetzlich ist, gerade auf der Position, ich denke schon, wenn du für ihn richtig gutes Geld bekommst, ich denke, für gutes Geld bekommst du auch wieder einen adäquaten, guten Ersatz. Das ist eben so ein bisschen die andere Geschichte bei vorne hier mit Silva gewesen, du hast nicht so wirklich viel bekommen und diesen, für das Geld, was du bekommen hast, was du jetzt zum Lückenschließer hast, das ist eine riesen Vakanz zwischen, was du jetzt bekommen würdest, selbst wenn du jetzt alles wieder reinvestieren würdest, was du bekommen hast, kommst du nicht mal ansatzweise an den Spielern. Aber da sind wir doch wieder genau an dem Punkt, gerade eben haben wir noch gesagt, wir haben den Kader bis auf Silva im Kro zusammengehalten, du hast eine Mannschaft, auf die du dich in erster Linie verlassen kannst und da ist halt einfach ein Karmada ein wichtiger Bestandteil davon und klar kannst du jedem, Stimmt, aber er muss auch Lust haben zu spielen. Er muss auch Lust haben zu spielen. Auch Jonas muss Lust haben zu spielen. Marvin sagt, ich kann es nicht beurteilen, am Spielen manchmal wirkt es schon so ein bisschen so, hat er wirklich noch Bock im Training, ich höre das immer wieder, ja, im Training hängt er sich rein, der hat richtig Bock und so weiter. Wenn das so ist, ist das super. Ich kann es nicht wirklich so, ich selbst kann es nicht erkennen, manchmal zumindest, dass ich sage, okay, hat er wirklich noch, steht er noch voll zur Eintracht? Denn ich muss sagen, das ist eigentlich das, was du hier auch brauchst. Nur auch ein Karmada ist jemand, der glaube ich zumindest, dass er sich sehr wohl fühlen muss, das muss funktionieren, er muss Lust und Laune haben, sonst kann er die Leistung nicht so abrufen, wie er das will. Keine Ahnung, ob er mit dem Kader, so wie er momentan ist oder mit den Mitspielern, es muss einfach harmonieren und wenn das nicht passt, heute ist einfach das Fußballgeschäft so, dann musst du gucken, ob es einen adäquaten Ersatz gibt, darf den Leuten keine Steine in den Weg legen. Ich denke auch, gerade so ein Spieler wie Karmada oder Younes, diese Positionen sind schon, wenn du gutes Geld bekommst, auch wieder ersetzbar. Aber klar, René, dein Argument mit den Kader zusammenhalten und so weiter, finde ich auch super und ich hoffe auch, dass Karmada bleibt und wir alle sagen, hey, der spielt jetzt hier die nächste überragende Saison mit ordentlich Score-Points und so weiter, dann bin ich super zufrieden. Ich habe nur keine Lust, dass wir hier Leute durchschleifen, sie vielleicht jetzt nicht verkaufen, weil wir mit Zwang versuchen, das ganze Konzept zusammenzuhalten und im Endeffekt die Leute gar nicht mehr mit dem Kopf dabei sind. Denn das hatte ich schon auch in der letzten Saison dann, Marvin hat ja vorhin die, in Anführungszeichen, Wunden, die frischen Wunden nochmal so leicht aufgerissen, wo ich gedacht habe, ja, stimmt, irgendwie, die Leute waren nicht mehr mit dem Kopf dabei, es hat nicht mehr so funktioniert. Das wäre halt Schrott, wenn du das hier durch eine ganze Saison teilweise ziehen würdest. Ja, deshalb, also auch bei Younes insbesondere, ihr habt es ja schon gesagt, anscheinend jetzt nachgebessertes Angebot, wenn er da glücklich wird und so weiter, dann ist es eben so. Dann müssen wir einfach, aber da müssen wir auch was ersetzen dann. Also das ist auch das, nicht nur Geld einstreichen, sondern es muss wirklich dann adäquate, sofort helfen, der Ersatz und nicht Potenzial nochmal und nur noch junge Spieler, das geht nicht. Also da brauchst du dann halt auch tatsächlich Spieler, die quasi direkt funktionieren. Da wirst du dann aber halt auch durchaus finanziell zur Kasse gebeten werden. Ja. Haben wir da noch weitere Spieler, die abgangstechnisch gerüchtet werden? Marvin, du hattest das Thema ja gerade angefangen. Wie gesagt, wir haben über Kostic kurz gesprochen, ich will aber die Themen hatte gar nicht so aufmachen. Ich glaube, das ist auch in Patrizias Sinne darüber gar nicht so viel zu sprechen, oder? Bitte nicht. Ich ertrage es nicht. Sehr gut, dann machen wir das auch nicht. Dann ist es weiter im Wunsch, nee, dann ist es weiter im Reich der theoretischen Möglichkeiten, aber das wollen wir nicht weiter. Ich glaube, alles andere wissen wir nicht. Also, Steven Zuber wurde immer wieder gerüchtet, keine Ahnung, wie es da weitergeht, aber darüber müssen wir uns, glaube ich, aktuell gar keine Gedanken machen. Sieht nicht so aus, ne? Mal gucken. Ich glaube, da wird noch viel passieren. Wir haben jetzt den 10. August, wir haben am 31. August, da ist der Redline Day und da werden wir nochmal schauen, was bis dahin passiert. Denn ich glaube, da gibt es noch ein paar Dinge, ein bisschen Bewegung. Wir müssen vielleicht auch noch den einen oder anderen Spieler verleihen, was mir jetzt ein bisschen wehgetan hat. Spieler, der jetzt schon weggegangen ist, ist halt Salazar, und der jetzt auch gleich noch bei seinem 9. Verein getroffen hat, wo ich mir dann schon gedacht habe, boah, das ist jetzt schon alles ein bisschen bitter. Das sind auch so Verdrängungsmechanismen, die ich da wieder erwarten lasse, weil ich da will, ich gar nicht drüber reden. Genau, aber da haben sich ja jetzt auch schon ein paar Abgänge, sei es jetzt fix oder Laie, seit letzter Woche tatsächlich ergeben. Nichts, was jetzt nicht schon irgendwie besprochen worden wäre, aber einfach der Vollständigkeit halber. Jovelic tatsächlich jetzt gewechselt zur LA Galaxy. Nils Stendera gewechselt zur Hessen Kassel. Ackmann hatten wir ja letzte Woche gesagt, sieht so aus, als wenn er verliehen wird, ist jetzt auch verliehen worden für ein Jahr nach Niemegen. Und Finn Otto ebenfalls verliehen nach Halle, einfach damit sie noch mal Spielpraxis kriegen. Ich glaube, das war jetzt auch nichts, was jetzt so absolut überraschend tatsächlich kam. Genauso wie der Neuzer, Zugang, der heute tatsächlich präsentiert wurde, nicht überraschend kam. Patricia hat es gerade eben angesprochen. Jens Peter Hauge ist für ein Jahr ausgeliehen mit einer Kaufoption. Man gerüchtet eine Kaufoption von rund sieben Millionen. Ich glaube, laut Transfermarkt hat er irgendwie einen aktuellen Marktwert von irgendwie neun oder zehn Millionen oder irgendwas sowas in den Dreh. Ist definitiv ein interessanter Spieler, ein schneller Spieler, auch recht jung und ist, glaube ich, so in erster Linie auf der Linksaußenposition beheimatet kann, aber wie Patricia gerade eben sagte, auch schon rechtsaußen spielen. Wäre das tatsächlich auch die Position, wo ihr ihn einsetzen würdet, auf dieser Rechtsaußenposition oder eher woanders? Patricia, du hattest das Thema angefangen. Ja, also wenn, also ich will das Kostic-Thema nicht wieder anreißen, aber wenn Kostic bleibt, dann schon tatsächlich, weil ja, Kostic ist, wir wissen auch alle, ist eine Maschine, der macht auch fast alle Spiele dann, wenn er kann, wenn er nicht gesperrt ist oder irgendwie sonst was ist, aber ja, dann würde ich ihn wahrscheinlich sogar als Rechtsfuß, glaube ich, also Flanken reingeben kann er auch von der rechten Seite. Inwiefern er dann reinziehen kann, muss man dann gucken, hängt ja so ein bisschen auch typmäßig ab, was er da ausrichten kann und was nicht. Aber an sich ein spannender Spieler, also 21 Jahre alt, hat tatsächlich ja sogar bei Milan auch ein paar Spiele gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur ein Talent ist, wo man sagt, ach ja, er hat bei Milan jetzt gar keine Verwendung gefunden, jetzt wohl in der Rückrunde gar nicht mehr, aber vorher hat er schon gespielt. Er hat auch schon Euroleague mit Milan gespielt, hat tatsächlich auch Tore und Vorlagen gemacht. Also das klang tatsächlich nicht so schlecht. Ich würde an der Stelle noch schnell einen hessenschau.de-Artikel empfehlen, weil da haben die mit einem norwegischen Sportjournalisten geredet, der so ein bisschen was über Hauge erzählt hat und auch so seinen Werdegang, seine Stärken und so weiter und so fort. Wenn ihr da mehr wissen wollt, gerne dort nachlesen. Aber ja, tatsächlich würde ich ihn wahrscheinlich auf der rechten Seite sehen, weil ansonsten, oder dann halt wirklich Backup und noch entwickeln. Aber ich weiß halt nicht, wenn es halt eine einjährige Laie ist, glaube ich schon, dass der zumindest ein Einwechselspieler sein wird. Ja, Backup und entwickeln, ja, weiß ich nicht. Also, muss er auch spielen. Also wenn du sagst, entwickeln, bist du wieder bei dem Punkt, dass er spielen muss und dann passt die Theorie mit dem Backup da halt nicht so richtig zusammen. Naja, es ist jetzt schon, es ist schon sehr, sehr interessant zu sehen, dass er ja sehr, sehr viel gehypt wurde. Sowieso gibt es momentan gefühlt jeden Neuen einen Riesenhype. Da weiß ich auch nicht, ob das sich alles so bewahrheitet oder ob man einfach vielleicht mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen könnte bei den ganzen Verpflichtungen. Natürlich ist es jetzt jemand, der ein Potenzial mit sich bringt, irgendwie auch noch stattliche Größe hat. Aber ich glaube, wie gesagt, es gibt diese Kaufoptionen und die Kaufoptionen würde ja ganz gerne auch gezogen werden, wenn der Spieler sich so entwickelt, dass man halt auch nicht nur irgendwie so teilweise ihn mal für fünf Minuten bringt, sondern schon sieht, okay, da ist was da. Wir erinnern uns beispielsweise an den Silver, wo wir es ja, natürlich andere Spieler, auch andere Spielertyp, aber wo wir ebenfalls erstmal mit einer Leihe dann geschaut haben und dann gesagt, okay, der ist so gut, den müssen wir kaufen, wie sich das dann entwickelt hat. Auch beispielsweise bei einem, nicht nur Silver, sondern ganz klar auch bei einem Jovic, wo es ja auch erstmal mit einer Leihe angefangen hat. Also wie gesagt, da gibt es halt die Möglichkeit, die Frage ist halt, wo er eingesetzt werden soll, weil wir haben gerade so viele Variantenreiche Spieler mit Hauge, mit einem Lindström, tatsächlich auch einen Rustic, der ja in der letzten Saison schon da war. Es sind irgendwie so viele Stürmer, die sehr, sehr viel machen können oder Offensivspieler, aber so richtig weiß ich halt auch nicht, ja, wer soll denn jetzt alles spielen? Und wo? es ist so ein bisschen sehr viel Variabel und dir fehlt halt so der, also du hast so sehr viele Allrounder oder Zehnkämpfer oder irgendwas, aber so den ultimativen für eine Sportart, der fehlt dir da gerade so ein bisschen an der Stelle. Genau, ja. Und das wäre tatsächlich so, für mich ist da noch nicht so richtig die Marschrichtung dahinter zu erkennen, die man da jetzt irgendwie primär irgendwie angehen will. klar musst du immer auch Plan B, B, C und D haben, aber so der Nummer 1 Plan, den kann ich noch nicht so richtig an der Stelle erkennen. Ich glaube, das wird sich noch herauskristallisieren. Also es wird sich wahrscheinlich einfach zeigen, wer sich durchsetzt letztendlich, plus wie viele Optionen du wirklich brauchst, um vielleicht ein bisschen variabel aufzutreten und auch die, die Belastung zu stemmen. Also es sind ja schon einige Spiele, die da noch auf die Eintracht zukommen. Zumal, ich glaube, das ist gar nicht nur eine normale Kaufoption, weil ich glaube, Milan hat gesagt, das ist eine Kaufpflicht und scheinbar ist es irgendwas dazwischen. Also scheinbar ist es eine Kaufoption, eine Kaufpflicht unter Bedingungen. Also keine Ahnung, wer weiß, wo diese Bedingungen angesetzt sind. Sind es 15 gemachte Spiele, sind es was weiß ich wie viele Tore? Je nachdem, dann greift, glaube ich, eine Pflicht und davor ist wahrscheinlich dann eine Option oder so. Bin jetzt nicht durchgestiegen und habe jetzt auch nicht so viel, aber ich glaube, da war was. Ich glaube, es war keine, nicht nur eine Option, sondern tatsächlich wird die zu einer Pflicht, sollte irgendwie was erfüllt werden. Ja gut, aber wenn es zum Beispiel Einsatzzeiten oder irgendwas ist, dann ist es ja etwas, was man ja durchaus steuern kann und wenn der Spieler so viele Spiele tatsächlich macht, weil er wichtig ist für die Mannschaft, für den Kader, für unseren Erfolg, dann ist es ja durchaus auch berechtigt, dann diese Optionen oder diese Vereinbarung dann anzunehmen und den Spieler zu verpflichten. Weil ich glaube, wenn das tatsächlich so ist, dann sind sieben Millionen schon ein, für solch ein, ja an vielen Stellen wird er Rohdiamant genannt oder bleiben wir mal bei dem Begriff Talent, ist sieben Millionen in der heutigen Fußballzeit schon ein Preis, der mehr als okay ist. Ja, apropos aktuelle Fußballzeit, da kommen wir teilweise ja wieder in die aktuellen Wahnsinns-Situationen, wo ich mir echt nur denke, Fußball hat auch von Corona überhaupt nichts gemerkt zum großen Teil. Es gibt auch einige Vereine, die wirklich am Hungertuch nagen und ich glaube, die gesamte Bundesliga, also auch nicht alle, aber auch die Beintritt, hat ja mit finanziellen Situationen auch durchaus zu kämpfen, Zuschauerinnahmen fehlen, aber andere, die hauen hier weiter fröhlich die 100 Millionen raus, wo ich mir echt denke, ehrlich gesagt, muss man auch die Frage stellen, wie pervers der Fußball überhaupt noch werden will und wann er teilweise seine Zuschauer vielleicht auch verliert. Also ich meine, während andere echt darüber nachdenken, kann ich mein Restaurant noch weiter betreiben oder meine Gaststätte, werden irgendwo einfach mal 100 Millionen fiktive Quatschsummen für einen mittelmäßigen englischen Kicker ausgegeben. Da muss ich echt sagen, ja, tut mir leid, nein, ich finde Rayleigh nicht schlecht, aber dass der 100 Millionen, dass der 100 Millionen kostet, kein Spieler ist 100 Millionen wert und gerade auch solche nicht, das finde ich schon echt absurd. Aber das ist eine Ausstellung. Dann brauche ich an der Stelle auch gar nicht über den potenziell zukünftigen Kader von PSG zu reden, der wahrscheinlich schon irgendwie im 2 Milliarden Bereich ein Wert oder irgendwas ist. PSG soll sich halt tatsächlich auch piepen. Also ich will dazu jetzt nichts sagen, aber ich versuche nichts zu sagen, aber es ist halt einfach, nervt mich nicht. Was ist das denn? Das ist irgendwie so ein Fantasiekader, den Leute zusammengestellt haben, weil sie viel zu viel Geld haben. Macht auch alles kaputt, keine Ahnung. Frag mal die französischen Fans, ob die das so geil finden. Wahrscheinlich nicht. Dass da jetzt irgendwie ein Messi rumgeht. Ich finde ihn auch geil, ein geiler Kicker, abgesehen davon, dass er vielleicht dann auch mal hätte streng gerne Steuern zahlen können oder sonst irgendwas, wobei das ja auch wieder ein anderes Thema hatte. Aber ein geiler Kicker, klar, dass er jetzt halt da zu Paris geht, das ist halt alles trotzdem nur krank. Keine Ahnung, dann wird es auch wieder sein, dass er 50 Millionen im Jahr verdient. Alter, kein Mensch der Welt hat 50 Millionen im Jahr, 50 Millionen im Jahr im Gehalt, das ist niemand wert. Das ist komplett absurd. Ich soll sowas zahlen. Ja, das ist leider komplett richtig. Und es ist im Endeffekt, ich will jetzt nicht, eigentlich können wir ja mal den Blick machen. Wir haben jetzt die Eintracht ja lang genug behandelt, außer wenn ihr dazu noch was habt, aber tatsächlich können wir auch mal den Blick auf die Bundesliga machen. Aber wie krass ist es denn tatsächlich, dass es im Endeffekt eigentlich so ist, dass die Bundesliga keine Topspieler mehr bekommt. Ich meine, wir haben eben über Lionel Messi gesprochen, aber dass selbst die Bayern, die natürlich mit Sicherheit sich vielleicht auch mal so gedanklich damit befasst haben, sowas könnten die nicht finanzieren. Das geht halt einfach nicht. Du kriegst solche Spieler nicht mehr. Die Bundesliga, wenn die einzige Idee ist, das FC Bayern andere Topspieler aus der Bundesliga wegzukaufen, wie eben vielleicht ein Haarland oder so. Das ist das Einzige, was irgendwie noch im Bereich des Möglichen erscheint. Ansonsten sind die Bayern auch gerade in Anbetracht, Leute zu holen, die woanders gar keine Rolle spielen, wo du denkst, okay, dann muss ich ja mal nachgucken, ist das wirklich ein Spielerpotenzial für die Eintracht, dass irgendwie zwischenzeitlich schon ein Alter in der Repairie wieder zu den Bayern gerichtet wird, wo ich mir echt denke, krass, was ist hier eigentlich los? Ja, die Bayern, selbst die Bayern bekommen als Top-Klub keine Spiele mehr, von denen ich sage, die haben so einen krassen Wert. Das ist schon echt heftig. Ich glaube auch tatsächlich, dass die auch innerhalb von Deutschland nicht mehr so einfach an Spieler herankommen. Also es gibt ja jetzt auch genügend, wo du sagen würdest, okay, die sind schon so bei den wahrscheinlich eher so leistungstragenden Spielern in der Bundesliga, die halt auch tendenziell dann eher ins Ausland gehen. Also ich glaube schon, Bundesliga ist so von diesen Top-5-Ligen schon wahrscheinlich für Spieler die uninteressanteste. Definitiv, glaube ich auch. So das Gefühl habe ich auch. Wir müssen mal sehen, wie sich das entwickelt in Spanien, wo dann jetzt natürlich auch gar nicht mehr so viel Geld freigemacht werden kann. Aber ich glaube, mit dieser Mannschaft, die die Bayern beispielsweise haben, sehe ich ehrlich gesagt in der Champions League gar nichts möglich. Und ganz ehrlich, hier La Liga ist doch auch nur noch eine Spaßliga. Wenn ich da heute schon wieder diese Mitteilung lese, dass Real und Barcelona versuchen gegen diesen komischen Deal mit diesem Investorunternehmen da irgendwie vorzugehen, der der La Liga irgendwie Kohle spült. Was in erster Linie eigentlich nur daran liegt, klar sollen da irgendwie für die nächsten 50 Jahre irgendwelche Übertragungsrechte verkauft werden, aber der hauptsächliche Grund, der dahinter steht, ist, dass sie nicht eingebunden waren in die Verhandlungen und sich damit nicht ihre Taschen voll machen können, weil sie die Kohle halt einfach brauchen, weil sie in den letzten Jahren dermaßen über ihre Verhältnisse gelebt haben. Also da ist halt auch jegliche Bodenhaftung komplett verloren gegangen. Ja, ist krass. Also wie gesagt, ich finde es, muss ich sagen, kleiner Rant, aber ich finde halt, Fußball ist echt an der Grenze der Maximalperversion angelangt. Und wenn ich das sehe, in diesen Zeiten unfassbar viel Geld rausgehauen wird, hätte keiner, keine Ahnung, das habe ich auch kein, da gleitet es mir auch ab. Also da habe ich auch wirklich, ehrlich gesagt, gar keine Verknüpfung mehr zum Fußball. Vielleicht müssen die sich auch mal Gedanken machen, das ist ja in der Bundesliga gar nicht komplett krass, aber da müssen sich auch mal Gedanken machen, wie sehen das die Fans? Also da kann immer noch nicht jeder ins Stadion und jeder hat andere Probleme. Keine Ahnung, gerade gibt es Katastrophen auf der ganzen Welt und das Geld, was dafür vielleicht benötigt wird, natürlich kannst du nicht eins zu eins überschichten, das ist ja auch ein bisschen, das ist ja sehr vereinfacht dargestellt, aber am Ende ist es halt so, ja, anderer an Orts fehlt es und dafür wird es irgendwie für Spieler Gelder ausgegeben. Das ist schon krass, muss ich sagen. Ja, für Spieler Gehälter und für Ablösesummen, die halt auch irgendwie so ein bisschen sehr imaginär sind, weil sie ja nicht auf einem tatsächlichen Wert beruhen, sondern einfach so künstlich erzeugte Werte sind, tatsächlich. Naja, wollte gar nicht so lange warten. Ja, aber es ist ja auch mal ein wichtiges Thema und auch durchaus etwas, was uns ja auch betrifft, weil zumindestens ich einfach merke, dass, und das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein Stück weit jetzt noch nachwehen von diesen ganzen Corona-Saisons ohne Fans und Emotionen, dass mich solche Themen mehr und mehr vom Fußball, der eigentlich so ein Sport ist, den ich seit Jahren sehr liebe, immer mehr wegschiebt. Verstehe ich. Aber gut, dann lasst uns doch mal wieder so ein bisschen auf Eintracht zurückkommen. Wir haben gerade eben, ist ja auch angesprochen, so Menschen wieder ins Stadion. Es dürfen tatsächlich beim ersten Eintracht-Heimspiel bis zu 25.000 Menschen ins Stadion, wenn denn die Inzidenz sieben Tage lang im Vorfeld unter 100 bleibt, was glaube ich für das erste Heimspiel in zwei Wochen durchaus noch eine realistische Thematik ist. Und 25.000 im Waldstadion ist schon mal eine Nummer und man könnte, glaube ich, man muss kein Eintracht-Profi sein, um zu sagen, das wird laut. Oder, Patricia? Ja, also, gehe ich mal von aus. Ich freue mich tatsächlich irgendwie, dass es so langsam in die richtige Richtung geht. Ich glaube, man muss ja auch langsam jetzt mal schauen, wie es weitergehen kann, soll, muss. Aber ich muss auch sagen, dass ich selbst noch relativ unentschlossen bin, wie ich damit jetzt umgehe, wenn das, sagen wir mal, auf Dauer so bleibt zumindest, erst mal, dass dann zumindest die Hälfte des Stadions geöffnet wird, weil ich immer noch tatsächlich daran festhalte, dass ich gerne wieder das volle Erlebnis hätte, wenn ich gehe. Aber ich weiß nicht, wie lange ich es durchhalte. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen unentschlossen, was das Ganze angeht. Aber freue mich für die Personen, die es dann für sich beschlossen haben, hinzugehen und wahrscheinlich auch viel Spaß haben werden. Weil ich habe jetzt auch schon gesehen, bei einigen Leuten, die jetzt zuletzt bei den Testspielen waren oder auch in Mannheim, dass sie dann schon auch sehr, sehr glücklich waren, endlich wieder im Stadion zu sein. Und so soll es ja sein. Ja, kann ich komplett verstehen an der Stelle die Thematik. Aus Fansicht und aus Vereinssicht ist es trotzdem wichtig, einfach auch zu wissen, dass man mit einer gewissen Menge an Zuschauern rechnen kann, weil es ja dann auch finanzielle Aspekte mit sich bringt. Also ich glaube, das sind so die beiden Sachen, die da so ein bisschen bedacht werden müssen an der Stelle. Aber ist schön zu sehen, dass es so langsam in die Richtung geht und dann gucken wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt und wie die Eintracht das tatsächlich dann auch umsetzt, so wie ich das verstanden habe. Aber wie ist es denn für dich? Gehst du dann ins Stadion? Hast du es geplant? Wie macht ihr das? Also ich muss dir tatsächlich sagen, das ist noch gar nicht entschieden. Also für das Spiel jetzt bin ich sowieso mal gespannt, was da, wird es wahrscheinlich eh nicht passen, weil ich nicht da bin, aber ist dann auch die Frage, ist es beim nächsten Heimspiel dann schon überhaupt noch möglich oder haben wir da schon wieder eine neue Beschränkung? Prinzipiell würde ich tatsächlich es mir mal mal anschauen. Ich würde gerne mal wieder ins Stadion gehen tatsächlich. Die Sache ist ja bekannt, eigentlich Motto alles oder keiner ist ja auch dann entsprechend problematisch, wenn die Kurve nicht offen ist und so weiter und so fort. Was ist eigentlich mit den Karten, die auch darüber vielleicht bezogen werden? Also viel ist noch sehr unklar, viel ist noch im Trüben. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich, insbesondere René, da hast du was Wichtiges gesagt, ich freue mich für die Eintracht, ich freue mich für den Verein, ich freue mich für den Fußball, weil Zuschauer einfach was Wichtiges ist, um das live zu erleben und so weiter. Ob es für mich jetzt speziell so was ist, wo ich sage, boah, geil, das will ich jetzt hier wieder jedes Wochenende in dieser Atmosphäre, weil ich glaube, jeder muss sich darauf einstellen, es ist was völlig anderes als vor Corona Fußball zu gucken, das ist und bleibt, bis da wieder 50.000 plus rein können. Trotzdem ist es vielleicht ein ganz netter Event, aber darauf muss man sich einlassen. Man muss sagen, es ist was ganz anderes als vor Corona, aber ich habe Spaß mit meinen Freunden mich da zu treffen und wir trinken, ich glaube, wahrscheinlich gibt es sogar wieder nur alkoholfreies Bier, ich weiß gar nicht, wie das ist, ist ja teilweise so, dass das auch jetzt entsprechend dann eben um nicht noch, die Leute noch enger, alle stehen zusammen und so weiter, macht man dann alkoholfreies Bier und so weiter. Also es sind alles Sachen, die einfach mit einem Vor-Corona-Erlebnis dann vielleicht nichts mehr zu tun haben. Wer da Lust drauf hat, der soll sich das antun, denn ich glaube, es ist was ganz Wichtiges und es ist, glaube ich, so viel Interesse da, dass die 25.000 Karten immer weggehen werden, da muss ich, glaube ich, die Eintracht auch keine Sorgen machen, ob ich dann da hingehe oder nicht, das Spiel dann für die Eintracht hat zumindest keine Rolle. Also wie gesagt, ich hätte auf jeden Fall auch mal Lust, mir das anzugucken und auch mal zu sehen, wie ist eigentlich wieder ein Stadionbesuch mit 25.000 Leuten. Für mich ist ja auch sowas, dadurch, dass ich doch, in Anführungszeichen, ihr wisst das ja auch alle, ein bisschen längere Anreise habe mit Bahn und Umsteigen und so weiter, ist natürlich immer so, ich sehe jetzt nicht nur einen oder fahre mit dem Rad zum Stadion und sehe keinen so ungefähr, sondern es ist einfach so, dass ich in Kontakt mit anderen Leuten komme. Das muss ich dann selbst ein bisschen abwägen, ob es mir das wert ist oder nicht, aber im Großen und Ganzen hätte ich mal nichts dagegen, auch mir so ein Spiel mal anzuschauen. Ich finde es schön, wie du es eigentlich wunderbar zusammengefasst hast. Danke für diese Worte, denn ich muss wirklich sagen, du hast alles abgewogen dargestellt, wie man das sehen kann. Es gibt nicht, ich glaube auch hier gibt es nicht das richtig und falsch. Also wenn Leute ein Stadion wollen, weil das eher intrinsische Motivation ist, endlich wieder ein Stadion zu gehen, dann finde ich, spricht auch nichts dagegen. Also dann wirklich zu sagen, oh nein, das ist verwerflich. Nee, das muss jeder für sich selber wissen. Es ist 25.000, die Stimmung wird anders sein, wird trotzdem cool, mal wieder Leute im Stadion zu haben, die mal wieder trotzdem auch ein bisschen Stimmung machen. Klar, allein die Ultras, die werden geschlossen, wenn ich das so höre, nicht vor Ort sein. Das heißt, das ist trotzdem eine ganz andere Situation. Da habe ich nur so ein bisschen die Bedenken, dass dann Leute gibt, die dann meinen, sie werden die neuen Ultras, so weißt du, wo ich dann denke, nee, that's not the truth. Aber die hast du doch immer. Ja, genau, also so Feiertagshelden, so keine Ahnung, glaube ich nicht, also sollte man eher nicht, machen, aber wenn Leute einfach sagen, ich will ins Stadion und Dennis, wie du richtig gesagt hast, ey, vielleicht gehen wir am fünften Spieltag auch mal, keine Ahnung, das ist gar kein Heimspiel, aber vielleicht gehen wir irgendwann in ein paar Monaten auch mal ins Stadion oder so. Also aktuell sehe ich es tatsächlich auch nicht hundertprozentig. Also ich glaube, eine Regelmäßigkeit wird es nicht geben, aber für alle, die ins Stadion wollen, 25.000 ist, glaube ich, eine ordentliche Nummer. Und was man dazu sagen muss, rein faktisch gesehen, bei den 25.000 heißt es 5000 mit Test und 20.000 geimpft oder genesen. Was ich finde, ist eine ganz interessante Konstellation, über die wir in der Vergangenheit schon mal gesprochen haben. Und ich glaube, Patricia, bei dir ist es ja genauso, ne? Also du sagst, mal gucken, aber auch jetzt nicht zwingend hin müssen. Ja, genau. Ihr habt es eigentlich ganz gut zusammengefasst, wo ich noch Worte gesucht habe, aber ich habe jetzt Dennis und auch dir zugehört und würde da, glaube ich, eigentlich total zustimmen, weil wer hingehen soll, darf hingehen, soll hingehen. Wer es für sich noch nicht so sieht, aus verschiedensten Gründen, ist auch in Ordnung, bin tatsächlich auch unentschlossen. Ich weiß auch nicht, wann es für mich dann kann in fünf Wochen sein, kann auch erst, ich weiß nicht, in drei Monaten sein, wer weiß. Aber mal schauen, wie sich das jetzt ergibt. Und klar, man muss sich halt darauf einlassen, aber ich glaube, da bleibt einem aktuell ja eh nichts anderes übrig. Also es ist halt generell in vielen Bereichen momentan so, dass man so ein bisschen das nimmt, was man kriegt und ja, so ein paar Kompromisse eingehen muss in diversen Lebenslagen aktuell noch. So, schauen wir mal. Aber René, bei dir ist ja sowieso, du warst ja vorher auch schon nicht ständig da, aber wäre es denn für dich ein Moment, wo du sagen würdest, ja, wenn es mal wieder sich ergeben würde, jetzt würdest du dich im Karten bewerben? Stand jetzt, nein. Aus der einfachen Thematik, du hast es gerade eben angesprochen, jeder muss das für sich abwägen und ich fände das für mich persönlich an der Stelle falsch, weil ich meinem Sohn seit anderthalb Jahren erkläre, er muss sich von seinen, also er muss Freundeskontakte reduzieren, er kann nicht an privatsportlichen Aktivitäten teilnehmen, um nicht einer zusätzlichen Gefährdung irgendwie ausgesetzt zu sein, weil er halt eben am Schulbetrieb ja teilnehmen muss und für ihn es halt noch keinen Schutz in Form von Impfen gibt und dann fände ich es an der Stelle falsch, wenn ich dann sage, er darf nicht, aber ich stelle mich dann mit 24.999 anderen Menschen in so ein Stadion, um Fußball zu gucken, das fühlt sich für mich persönlich nicht richtig an, aber das ist, wie du auch gerade eben und Marvin ja auch gesagt haben, meine Interpretation und das ist jedem offen, das anders zu sehen und anders zu handhaben, aber für mich ist es momentan zu 100% ein Nein. Okay, klar, gut, auch nachvollziehbar, logisch. Genau, so, dann schauen wir mal, wie sich das ergibt und dann wird es ja auch spannend zu sein, was sich dann vielleicht aus dem Thema und auch aus den Zuschauern, die an anderen Stellen zugelassen sind, vielleicht an Modellkonzept für die Bundesliga und auch hoffentlich damit vielleicht auch für andere Sportarten ergibt, das ist ja noch so ein bisschen die leise Hoffnung, die ich zumindest habe, dass das so ein bisschen als Testballon auch funktionieren kann für andere Sportarten, die dann vielleicht auch wieder mit Zuschauern stattfinden können, die ja dann auch zu einem gewissen Maß noch viel mehr auf Zuschauereinnahmen vielleicht auch angewiesen sind. Das ist sowieso krass, ich meine, selbst die Eintracht wird darauf angewiesen sein in einer gewissen Art und Weise, wie gesagt, das ist halt ein beträchtliches Loch, ich glaube, das wird auch hier noch relevant werden für die ganzen anderen Vereine, nur weil wir jetzt bei der Eintracht ein bisschen Glück haben und auch ganz gute Transfers schon geleistet haben und mit Sicherheit noch der eine oder andere gehen wird, es ist ja so, das überlegt ja mal, Kaiserslautern, wie frustrierend das für die jetzt auch war, eigentlich hat die gedacht, die können irgendwie 20.000 in das Stadion lassen im T4-Pokal und plötzlich sind es nur fünf, abgesehen davon, wie krude das teilweise oder kurzfristig das dann dementsprechend auch ist, dass du dich so umstrukturieren musst, ist es für sauviele Vereine, die halt jetzt nicht im, ja, im, ja, im Tal der Glückseligen finanziell irgendwie wissen, dass eh oder alles gut läuft, Grüße an dieser Stelle nach München oder nach Leipzig, dann wird es halt alles ein bisschen enger, insofern, ich freue mich für jeden und bitte geht hin, ey, whatever, jeder wie er will, ich werde vielleicht auch mal wenn wir das V vorbeischauen, da freue ich mich auch drauf und wie gesagt, wir gucken mal, Dennis, irgendwie wird es uns dann auch mal vielleicht hintreiben. Ja, also machen wir, glaube über kurz oder lang wird man sich dem Thema wieder nähern müssen, so jeder individuell für sich mit seiner Abwägungssache, ähm, aber ja, wer das für sich einschätzen kann, das tun kann, Glück hat, eine Karte zu bekommen, ähm, wie Dennis schon gesagt hat, 25.000, da wird es mit Sicherheit eine Menge Nachfrage geben, sodass die 25.000 auch relativ schnell weg sein werden, ja, dem wünschen wir da viel Spaß und wir werden es ja dann auch im Vorgriff auf das Spiel dann wahrscheinlich noch mal genauer betrachten. Genauer betrachten müssen wir jetzt das Spiel, was am Samstag stattfindet, wir haben das Glück, am Samstagabend Topspiel zu sein, um 18.30 dürfen wir auswärts ran gegen den BVB, da wird man jetzt vielleicht der eine oder andere so ein bisschen zusammenzucken, wenn man jetzt gerade eben vielleicht noch über das Waldhof-Spiel nachgedacht hat und denkt so, okay, jetzt erstes Liga-Spiel, Dortmund, oh Gott, oh Gott, ähm, ich bin da tatsächlich so ein bisschen optimistisch, zum einen, weil ich glaube, dass Dortmund, was heißt glauben, ich bin mir sehr sicher, dass Dortmund im Vergleich zu Mannheim komplett anders spielen wird, die haben einen sehr offensiv ausgerichteten Kader, wird es die eine oder andere Lücke geben und der BVB hat tatsächlich auch so ein bisschen mit Ausfällen äh, zu kämpfen, Schmelzer verletzt, Hummels angeschlagen, Wolf ist wieder zurück, ist aber auch nicht ganz fit, ähm, Zagadou ist angeschlagen, Brandt und Meunier waren jetzt bislang mit Corona-Infektionen außen vor, da weiß ich auch gar nicht, ob die dann jetzt rechtzeitig zum Spiel wieder aus der Quarantäne raus sind und selbst wenn, haben sie ja nicht mit der Mannschaft trainiert, also die haben glaube ich auch gerade eben ganz gut Probleme, was den Kader angeht, das alles in allem lässt mich durchaus hoffen, dass wir da nicht so komplett, ähm, Kanonenfutter werden, Marvin, wie groß ist denn so deine Motivation für dieses Spiel? Ja, es ist immer wieder absurd eigentlich, ne, es ist immer wieder völlig absurd, wenn wir dann irgendwie erst so, wie soll ich sagen, skeptisch waren und dann zerreden wir irgendwie gefühlt das Spiel, was natürlich auch schlecht war gegen Mannheim und plötzlich sagen wir, naja, aber da ist jetzt was drin, aber genau so in diese, in diesen Widersprüchen verzweigt, finde ich mich auch jetzt und muss halt sagen, klar, also das Spiel war ja als Kacker gegen Waldhof, aber trotzdem kann ich mir durchaus vorstellen, du hast die Verletztenliste auch angesprochen, ich glaube, wenn du den BVB, den BVB zusetzen kannst, dann natürlich auf jeden Fall jetzt und ich glaube, da ist durchaus was möglich, wenn wir unsere Formation finden, die in den richtigen Momenten dem BVB zusetzen kann, weil, wie gesagt, das sind halt allein die ganzen Verteidiger, die verletzt sind, links, rechts, das sieht, also Innenverteidigung, das sieht alles nicht geil aus, wenn wir jetzt, den, und Kostic ist wieder da, ich glaube, da ist was möglich, ich habe ehrlich gesagt, auf dieses Spiel tatsächlich ein wenig Bock. Patricia, wie ist so deine Tendenz, mehr Yay oder mehr Nee? So ging es mir vor, den Pokalspielen tatsächlich irgendwie, dass ich mir so ein bisschen Chancen ausgerechnet habe und mir dachte, ach, Saisonanfang und ein paar Ausfälle und man weiß ja noch nicht, wo steht wer und wie kommt man in die Saison rein, vielleicht kann man ja irgendwie was holen, dann habe ich gesehen, dass der BVB ja ganz gut zurecht kam im Pokal, die Eintracht eher weniger, klar Pokalspiele, erste Runde nie überbewerten und so weiter und so fort, das hat aber irgendwie so ein bisschen, ja, meine Wahrnehmung verändert, also jetzt bin ich doch wieder krasser auf diesem, der BVB ist der klare Favorit und der BVB ist auch deutlich stärker als die Eintracht, da muss man sich jetzt gar keine Illusionen machen, ähm, ja, also mal schauen, ich bin jetzt so ein bisschen, ja, meine Euphorie wurde gebremst und, ähm, hab aber trotzdem Hoffnung, dass es besser wird, allein schon, weil eben Kostic zurückkommt und man da, ja, das ist nochmal was ganz anderes, wenn die, wenn die Bundesliga anfängt und man da halt, ne, ich glaube, der Eintracht ist auch bewusst, dass, nicht, dass sie Mannheim unterschätzt hätten oder so, aber einfach, wenn du schon weißt, du musst dich jetzt auf den BVB vorbereiten und einstellen, das ist nochmal, glaube ich, eine andere Ernsthaftigkeit, die dann so natürlich schon in deinem Kopf drin ist, von daher, mal schauen, also, ja, ich hoffe einfach, dass es irgendwie doch gut geht. Und Dennis, wie ist es bei dir? Ja, ihr habt das schon gut gesagt, ich muss tatsächlich sagen, eigentlich kann uns hier, taktisch muss da ja sich so oder sowas ändern, wenn du die Ausstellung dir anguckst und sagst, okay, ich spiele jetzt hier gegen Mannheim und ich spiele gegen Dortmund mit so einer Kante wie Haaland da vorne drin, da musst du normalerweise ja so oder so vom Konzept her ganz anders auftreten, deshalb glaube ich wirklich, dass man die Spiele nicht miteinander vergleichen kann, das ist wichtig, das ist auch gut so, finde ich. Ihr habt gerichtlich gesagt, Kostic kommt zurück, eine ganz wichtige Position, die Spieler haben jetzt auch, die jetzt so ein bisschen reinfinden mussten und ein bisschen vielleicht jetzt, ja, auch Luft in der Mannschaft bei einem Pflichtspiel gesammelt haben, vielleicht können die das jetzt auch schon ein bisschen besser gegen Dortmund abrufen. Der Kader wird sich sicherlich auch, die Ausstellung wird sich sicherlich, wir werden gleich drüber sprechen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt auch noch ein bisschen ändern. Ich sehe tatsächlich auch mehr Chancen, dass wir mitspielen, ob es dann reicht, um zu gewinnen. Das ist ja wieder eine ganz andere Sache, aber ich hoffe und ich muss auch wirklich sagen, ich nehme die Eintrachtin die Pflicht, dass sie ein ganz anderes Gesicht zeigt als gegen Mannheim, weil das war einfach nur blutleer und da ging ja gar nichts zusammen. Und das glaube ich tatsächlich, dass das gegen Dortmund, da will ich einen richtigen Kampf sehen, da will ich sehen, dass die sich reinhängen, da will ich sehen, dass die das machen wollen, ob es dann am Ende dafür reicht, dass wir da was mitnehmen oder sogar gewinnen. Ihr habt schon richtig gesagt, der Kader ist bei denen auch ganz schön durchgewühlt, die haben sich auch noch nicht alle so gefunden. Haaland hat jetzt natürlich hier Wehen da weggehauen aus dem Stadion mit drei Dingern, aber das muss ja auch, wenn du denen gut zustellst und so weiter. Also auch die haben Probleme, die wir vielleicht ausnutzen können. Ich rechne mir da auf jeden Fall, wenn wir an eine gewisse Leistungskapazität kommen und das erwarte ich einfach, auch zumindest, ja, also ein Pünktchen wäre schon schön, wenn wir das mitnehmen würden. Wäre schon geil, aber es ist ja natürlich auch so, ich meine, wie gesagt, ist das möglich? Ich finde Weden Schulz richtig geil, ich finde ein Passlack, der da auf der Rechtsverteidigerposition unterwegs, das ist nicht geil, erkannt ist natürlich guter Spieler, dann aber, also keine Ahnung, ob bis dahin dann wieder Spieler fit werden, aber Papadopoulos, ja, Alter, das, wenn wir an unser Bundesliga-Niveau kommen, dann ist da auf jeden Fall was möglich. Und klar, natürlich, also, dass die immer Tore schießen, gerade gegen unsere Abwehr aktuell, so, wenn wir jetzt die letzten Tage irgendwie uns Wochen mal angucken oder so, dann, beziehungsweise auch in der letzten Saison, dann ist da natürlich auch offensiv, muss man immer aufpassen. Das Absurde ist ja, dass wir das letzte Spiel gegen BVB eher sogar sehr erfolgreich gestaltet haben, ich will gar nicht mehr wieder darüber nachdenken, dann ist auch wieder frustrierend, dass wir so nah dran waren und es dann wieder, ja, wie auch immer, ich will nicht drüber nachdenken, aber das Potenzial ist da und ich glaube, der BVB so geschmächt, wie die gerade sind, das könnte, da könnte schon ein bisschen was gehen. Ja. Bitte auch nicht vergessen, ihr habt jetzt sehr viel über Haarland gesprochen, aber die haben ja auch durchaus die ein oder andere Verpflichtung im Sommer getätigt und ich finde tatsächlich, Donny Mahlen ist da jetzt auch jemanden, den man da im Blick haben muss. ist auch so ein wuseliger, schneller Spieler, der sowohl im Sturm als auch auf der rechten Position ackern kann und der ist halt echt flott, dem hinterher zu kommen, das wird schon anstrengend. Ist der fit? Der hat 30 Minuten, also er hat so eine halbe Stunde letztes Wochenende gespielt, ne? Ja, aber selbst das kann halt schon dann so auf den letzten 15 Minuten, wenn du vielleicht auch gerade schon so ein bisschen die Schwere in den Beinen hast und dann wird so einer eingewechselt. Klar, ist immer wirklich die Frage ist, die ich mir stelle, mit wie viel tausend Fans wird denn gespielt? Weiß man das? Ich weiß, es gab ein paar Tickets, glaube ich. Das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich nicht. Können wir mal übergehen und ich gucke in der Zeit einfach mal nach und wir reden da gleich nochmal drüber. Wir haben ja noch ein paar andere Themen. Dann guckst du da mal nach und dann kommen wir zu dem Punkt der Aufstellung und da hat Dennis ja gerade eben angedeutet, man wird mit einer anderen Aufstellung agieren. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Aufstellung Dennis da aus dem Hut zieht. Oh, ich muss dir tatsächlich sagen, ich glaube schon, dass wir die ein oder andere einen oder anderen Wechsel sehen werden. Natürlich hinten stellt sich es wieder von alleine auf. Da denke ich, brauchen wir gar nicht groß Drab, Dicke, Hinteräger und sind gesetzt. Also du bleibst bei der Dreierkette nach wie vor. Ja, 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 doch auch gerade, weil ja ein Kostic zurückkommt. Auf der rechten Seite ist genau jetzt die Problematik natürlich eingetreten, die ihr und auch insbesondere Marvin besprochen hat. Nimmt man Durm jetzt wieder mit rein, gerade gegen den alten Verein, vielleicht Motz motiviert oder sagt man, da kostet, du bekommst nochmal eine Chance. Weiß ich nicht, das ist tatsächlich für mich eine Fifty-Fifty-Sache, wird sich vielleicht auch im letzten Trainingseindruck nochmal dann entscheiden. Auf der Sechser-Position so, ja, jetzt sind wir aber hier schon tatsächlich, finde ich, an der Stelle, ist Rode fit, ist Rode nicht fit, müssen wir mit Hasebe da schon auf der Sech spielen oder gibt es da eine völlig alternative Lösung? Fühlt zum Beispiel ein Zuberma auf der Sechs, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Meine Favorit wäre Rode, weil du relativ defensiv agieren musst und Rode ja ein Abräumer ist. Die Frage ist natürlich, ist er fit genug? Also ich habe zumindest bislang nichts Gegenteiliges gehört und der Wechsler gegen Waldhof war jetzt glaube ich auch zum gewissen Grad der Thematik geschuldet, dass er ja kurz vor Ende der ersten halbzeitige gelbe Karte gesehen hat und vorher ja auch schon so die ein oder andere Verwarnung kassiert hat und man da glaube ich an der Stelle kein Risiko eingehen wollte, weil zu viele Spieler ja schon mit Geld verwarnt sind. Also ich habe jetzt zumindest nichts gehört, dass er jetzt nicht fit war. Er hat glaube ich heute wie viele oder gestern wie viele tatsächlich so ein bisschen individuell trainiert, aber das lag tatsächlich eher so am Thema der Belastungssteuerung und nicht am Thema der Verletzung. Okay, dann ist tatsächlich bis auf Lenz und Kostic die Ausstellung hier fast gleich. Gut, da Costa und Durm ändern sich noch und die Reihe davor. Gut, das ist jetzt wie Hauge, ist er jemand, der im Endeffekt hier jetzt schon eingesetzt werden kann? Sind Kamada und wie heißt er hier? Armin Younes überhaupt noch beide zur Verfügung? Das ist natürlich, das sind momentan Fragen, die sich mir stellen. Die auch, ist da bis dahin auch vielleicht noch ein Stoßsturm da vorne da, den du vielleicht sogar einsetzen kannst und spielst hier nur mit einer zehn und lässt gleich mal mit zwei Stürmern spielen? Ist das gegen Dortmund sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Ja, sind tatsächlich hier sowas, wo ich sage, du musst einfach eine ganz andere Ausstellung, ist aber eigentlich Quatsch, stimmt eigentlich gar nicht, weil wir auch gegen Mannheim schon nicht so krass offensiv aufgestellt hatten, das war irgendwie in der Erinnerung doch etwas verschwommen schon. Nein, ich muss tatsächlich sagen, die Ausstellung vom letzten Wochenende war tatsächlich ja gar nicht so offensiv. Nee, war sie halt leider nicht. Wird sich wahrscheinlich doch eher gar nicht viel ändern. Patricia, würdest du an der Aufstellung was ändern oder wie wäre so dein Thema da? Schwierig. Also ich glaube nicht, falls noch ein Stoßstürmer so schnell kommen sollte, dass er dann auch direkt in der Startelf ist. Ja. Selbst bei Hauge weiß ich jetzt noch nicht so genau. Der hat jetzt heute seine erste Einheit gehabt, glaube ich. Ja, korrekt. Mit der Mannschaft. Korrekt. Samstag ist das Spiel schon. Keine Ahnung, ob das dann schon ausreicht. Deswegen, ich gehe erstmal davon aus, das nicht. Ja, Rode, wenn er fit ist neben So, würde ich auch sagen. Rechts bin ich eigentlich auch bei diesem 50-50-Ding wie Dennis. Also ich weiß nicht, ich will da Costa jetzt auch noch nicht abschreiben. Ich meine, das war jetzt ein Spiel, was er hier für die Eintracht gemacht hat seit seiner Rückkehr. Das war nicht so gut. Aber letztendlich muss man auch sehen, die ganze Mannschaftsleistung war nicht so gut. Sollte man ihm noch eine Chance geben? Andererseits, wie Marvin schon meinte, Durm hat das jetzt auch nicht komplett schlecht gemacht. Ja, das ist richtig. Sollte vielleicht auch noch mal eine Chance bekommen. Ich weiß halt nicht, inwiefern sich da vielleicht Glasner schon festgelegt hat, sogar jetzt durch die Trainingseindrücke erstmal auf einen rechten Verteidiger. Da tue ich mich schwer, kann ich jetzt gerade irgendwie auch nicht wirklich wählen. Ansonsten, ja, auf der 10 habe ich halt auch ein großes Problem, weil ich keine Ahnung habe, wen man da jetzt am besten aufstellen sollte. Aktuell, also Kamada oder Younes, einer von beiden auf jeden Fall. Und daneben, vielleicht war das ja auch schon ein Wink jetzt gegen Mannheim, dass das jetzt so erstmal die Elf ist, die Glasner vorgesehen hat, die sich jetzt so herauskristallisiert hat für den Anfang. Und dass wir die auch genauso noch mal sehen werden. Ich habe aktuell noch gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Linström und Kamada oder Younes in der Startformation hinter Boree. Ja, Boree ist ja quasi alternativlos auch. Ja gut, du hast halt momentan tatsächlich Patientia. Was? Wann ist denn Ache wieder fit? Der hat jetzt heute individuell zusammen mit Rustic wieder trainiert. Also er nimmt jetzt wieder am Trainingsbetrieb teil, noch so ein bisschen individuell, aber ich glaube tatsächlich, dass das dann für den Samstag auch noch nicht reicht. Also von daher hättest du tatsächlich jetzt erstmal die Auswahl zwischen Boree und Patientia und wir hatten ja gerade eben schon darüber gesprochen, ich glaube das ist dann auch relativ alternativlos leider. Ja, okay, also ob Boree oder Patientia sind wir uns glaube ich alle einig, dass wir es lieber Boree nochmal erstmal eine Chance geben. Es hätte mich natürlich gefreut, wenn wir hier vielleicht noch die Möglichkeit hätten, dass wir Ache auf jeden Fall auf die Bank mitsetzen, dass wir vielleicht da wirklich nochmal, falls kein weiterer Stoßgürmer bis dahin da sein sollte, aber da hat Patrizia auch schon recht. Das ist zu kurz. Also ich glaube tatsächlich, dass Boree da nicht unbedingt die schlechteste Wahl ist, weil du, wie gesagt, Abwehr beim BVB ein bisschen angeschlagen, die werden auch durchaus hochstehen. Also wenn du da einen wuseligen, flinken Spieler da vorne hast, den du vielleicht auch mit dem langen Ball da mal reinschicken kannst, das wäre Boree zum Teil tatsächlich für mich und das könnte tatsächlich auch einwechslungstätig dann ein Hauge sein, der ja auch durchaus flink ist, das könnte so das Mittel der Wahl sein tatsächlich. Marvin, du hältst dich zu bedeckt, bitte. Marvin hat ja noch Zuschauerzahlen recherchiert, der hat ja hoffentlich jetzt Zahlen für uns. Achso, ja, das kann ich, ja, das ist ja gut, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wir haben ja die Dekolungen, auch die gerade heute wieder bestätigt wurde. Mit 25.000. Das heißt, die werden auch da sein und 700 Fans der Frankfurter Eintracht haben eine Zusage bekommen, also das heißt, wir werden auch ein bisschen Eintracht Support haben, ansonsten der Rest, wie gesagt, Fans des BVB, das heißt aber, da ist natürlich zum allerersten Mal jetzt auch seit langer, langer Zeit beim BVB-Video einiges los und bezüglich der Stürmer-Thematik. Tja, ihr habt euch jetzt darauf geeinigt, dass wir eine Stürmer haben. Sehe ich das richtig? Ja. Genau. Es sei denn, du hast jetzt gute Argumente, warum wir mit zwei Stürmern spielen und wer dann diese zwei Stürmer dann sind. Ne, ich weiß es, ich bin auch unsicher, ich glaube tatsächlich, dass, wie Dennis ja auch schon richtig gesagt hat, deswegen da brauche ich dann gar nicht viel zu sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Aufstellung, die ja jetzt der Herr Glasner da gegen Waldhof Mannheim aufgestellt hat mit ein paar Änderungen, wie gesagt, Kostet und so weiter und so fort, schon die Aufstellung war, die sich jetzt auch beweisen soll. Ich glaube tatsächlich, dass da Kostet ein Durm spielt, das habe ich irgendwie so ein bisschen im Gefühl und ansonsten wird da nicht mehr ganz so viel passieren. Lindström, gut, Lindström vielleicht rotiert er raus, wenn Younes sich so angeboten hat, das müssen wir sehen. Ja. Okay. Ja, gut. Dann wäre das unsere Aufstellung, die wir jetzt hier erst mal so sehen werden. Ich habe jetzt einfach mal Younes und Kamada an der Stelle notiert, das sind so wahrscheinlich die zwei größten Wackelkandidaten oder das, wo am ehesten da irgendwie ein bisschen hin und her geschoben wird, aber ich lasse das jetzt mal so hier drin stehen. Was ist denn euer Tipp für das Spiel? Und Marvin darf anfangen, steht hier. 2-2. Okay. Wir fangen auf jeden Fall Gegentor, weil wir das in der letzten Zeit auch immer gemacht haben. Ja. Beziehungsweise weil es wieder erfahren ist. Aber wir sind auch offensiv präsent und im Gegensatz zu dieser wundersamen Leistung gegen Waldhof sind wir auch offensiv wieder da. Und ja, es gibt zwei Tore für uns. 2-2. Das ist doch schön. Patricia, stimmst du dem zu oder hast du einen anderen Tipp? Wollt ihr jetzt meinen positiven Tipp, den ich vor den Pokalspielen schon im Kopf hatte, oder wollt ihr den, der jetzt durch die Pokalspiele verklärt wurde? Den verklärten. Ach nein, das ist jetzt so, es klingt jetzt so negativ, aber dann ist es ein 2-0 für Dortmund. Davor hätte ich übrigens ein 1-1 getippt. Also ähnlich wie Marvin, nur weniger Tore. Ja. Dennis, wie verklärt ist dein Tipp? Ich nehme tatsächlich Patricias vor verklärten Tipp auf. Nein, ich muss wirklich sagen, 1-1 ist, denke ich, ist eine machbare Sache, wenn eben du es hinbekommst, dass uns ein Haaland und Kohl nicht komplett da hinten überrennen. Das, denke ich, ist aber tatsächlich taktisch machbar. Tor vorne, das Potenzial ist normalerweise da. Wäre schön, wenn wir mehr Tore machen. Ja, ich bin erst mal mit einem zufrieden. Wenn wir 1-1 spielen, ist das völlig okay. Ich habe richtig Bock auf das Spiel und ich habe jetzt durch die Diskussion, die wir hier geführt haben, wieder eine durchaus beträchtliche Portion an Motivation hinzugewonnen und sage deswegen, wir gewinnen 3-2. Oh, okay. Wer macht die Tore ist dann die Frage? Soweit war ich gedanklich tatsächlich noch nicht. Ich würde auf jeden Fall Kostic 1 gönnen, Boré macht 1 und Hinti nach einer Ecke. Ja, das ist auch was tatsächlich, da sagst du was Schönes, René, dass wir zu den alten Stärken müssen wir wieder zurück. Diese verdammten Standards müssen erstens besser kommen und zweitens müssen wir einfach die Dinger wieder einnicken. Hinti muss das bringen, Endika muss diese Stärke auch irgendwie jetzt endlich mal sich zugute machen, dass wir einfach aus Standards was Gefährliches generieren und daraus Tore machen. Das sind die einfachsten Tore, so kommst du nicht nur im Endeffekt, so kannst du die wichtigen Spiele halt einfach auch entscheiden. Das ist wirklich, das nervt mich auch, dass dann die Dinger, die ich da am Wochenende wieder gesehen habe, das war ja wieder zum Weglaufen. Es ist zum Verzweifeln leider. Ja, oder halt auch mal so ein Freistoß. Also Lindström hatte ja diesen Freistoß tatsächlich auf dem Fuß, der hat ja auch so ein bisschen geflattert, der hat gar nicht so übergesetzt, aber er war jetzt nicht so schlecht. Also ich glaube tatsächlich Standards wäre so ein Thema, mit dem man sich so ein Stück weit beschäftigen müssen, sowohl in der Offensive als auch bitte in der Defensive, weil ja, also brauchen wir jetzt nicht groß drüber zu reden, aber den hätte man am Wochenende verhindern können. Ja, ja. Nun gut. Damit haben wir zumindest unseren Blick auf dieses Dortmund-Spiel jetzt hier beendet und ich würde sagen, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt hier schon lange aufnehmen und auch sehr viel jetzt gesprochen haben, würde ich sagen, marschieren wir mal so ein bisschen Richtung Ende der heutigen Sendung. Wir wünschen all denen, die vielleicht sogar das Glück haben, eine von diesen 700 Karten am Wochenende bekommen zu haben und sich auf das Weg ins Stadion begeben, ein sehr angenehmes Fußballwochenende. Ihr könnt ja uns vielleicht mal in den Kommentaren schreiben oder auf Twitter mal schreiben, wie so euer Stadion-Gefühl und Erlebnis war. Das würde mich tatsächlich interessieren, wie ihr das so vielleicht auch im Vergleich zu bisherigen Stadion-Erlebnissen wahrgenommen habt. Ja, das war dann die heutige Sendung. Wenn ihr uns unterstützen wollt oder wenn ihr uns die Links zur Sendung oder die Links zur Sendung finden wollt, wie zum Beispiel den Artikel bei der hessenschau, den Patrizia vorhin erwähnt hat, dann findet ihr das alles unter eintracht-podcast.de Da findet ihr auch die Informationen, wann wir in der nächsten Woche aufnehmen. Voraussichtlich wird es wieder der Dienstag sein und alle vorherigen Folgen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Eintracht-podcast.de 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 Untertitelung des ZDF, 2020